Von mir aus können wir anfangen. Ja, auf geht's. Schalt bitte den Streamsturm. Sebo, the German, auf geht's. Das siebte Subbettel ist eröffnet. Das siebte schon? Das wusste ich schon wieder gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel es steht, ehrlich gesagt. Ja, ich führe auch Haus hoch. Nee, Haus hoch mit Sicherheit nicht. Ich glaube 4-2. Was ist das für eine Eröffnung? D4, Springer, C6. Das ist London System, das kennst du doch. Ja, aber Springer C6 im ersten Mal. Aber Weiß spielt einfach London System gegen alles. Und sperrt erstmal den Läufer ein auf C8, der Schwarze. Egal. Für alle, die nachspielen in meinem Team, bitte nicht zu schnell ziehen. Lasst euch ein bisschen Zeit, immer so 2-3 Sekunden Minimum pro Zug am Anfang. Vielleicht auch ein bisschen mehr, falls ihr in eine komplett neue Eröffnung reinlauft. DK11-1, danke dir. Ja, Figuren werden entwickelt. Das sieht auch alles sehr vernünftig aus, soweit. Ja. Das frühe Schlagen auf G3 führt dazu, dass der Turm hier geöffnet wird. Das könnte ein bisschen gefährlich werden für Schwarz. Vielleicht kann das Weiß nutzen, wenn er hier den Läufer auf die Diagonale stellt. Ja, das Problem bei Schwarz ist der Läufer auf C8. Den hat er eingesperrt. Und Springer H2 ist komisch, steht am Rand. Ja, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Hör ich zum ersten Mal. Deshalb ja. A6. Also Schwarz muss jetzt wirklich darauf bedacht sein, den Läufer ins Spiel zu bringen. Sowas wie E5 wäre logisch. Mir wird auch F5 gefallen, um den Springer hier da auszuschalten. Und wenn der Springer nicht ziehen kann, dann kann der Turm auch nicht ziehen. E5, auch interessant. Oh, jetzt kann er sogar nehmen. Aber er nimmt auch direkt. Schwarz spielt... Also was meinst du mit nehmen? Ja gut. Beide spielen extrem schnell, ne? Du weißt noch gar nicht. Vor allem Weiß spielt sehr schwer. 4,59? Was ist denn das überhaupt für eine Kategorie hier? Das ist unter 1,200. Nur hat Sebo the German über 1,200. Ja. Witzig. Ja, die Zahlen können sich auch ändern. Ich glaube, Sebo hat vielleicht einen Sprung gerade gemacht. Ich weiß nicht. So, was wirst du dir machen? Springer G4 sieht doch groß aus. Springer wieder zurück ins Spiel. Turm öffnen. F3 gefällt mir nicht. Schwarz kann jetzt auch E3 spielen. Er tauscht. Ganz schnell auch wieder. Weiß hat geprüft. Okay. Aber wie schnell, ne? Duex, danke dir für den Primer, lieber. Der Bauer auf D4, den kann er nicht nehmen, wegen Grundreihenprobleme. Ja, schwarz steht nicht gut hier. Ja, der Läufer nach wie vor, der gehört nach F5. Nach F5, um auch den König zu verteidigen. Weil die Hype auf einer H-Linie, da könnte ungemacht drohen. Naja, jetzt kann man auf D4 nehmen, tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob er das sieht. Mit der Dame vielleicht. Ne, er sieht er nicht. Gut, jetzt greift er den Läufer an. Der will ja sowieso nach D3. Oder F3, ne? Oder F3. Oh, wow, wow. Der Springer hängt jetzt. Der Springer hängt jetzt. Ja, das sieht er. Naja, er darf den nicht wegziehen. Das sieht er auch. Ich glaube an Harry. Aber ich glaube auch an Sebo. Sebo hat gestern eine 16 zu 5 Streak gehabt und sich um 40 Punkte verbessert, sagte jemand. Na siehste. Der war nämlich davor unter 1200. Aber der hat geübt. Ja, ich würde gerne mal G5 spielen und dann die Dame auf die H-Linie bringen. Läufer schlägt C6. Der Läufer war eine gute Figur. Ja. Den musst du mal nicht abgeben hier. So, jetzt droht Dame. Mal gucken, ob er sieht. Es droht Dame aus. Ja, natürlich sieht er es. Dame G6 ist ein schöner Neutralisierungszug. Oder H6. Geht auch, aber dann vielleicht G5. Ja, Dame G6 wäre mein Zug hier. Oder Turm E4. Ganz extraordinär. Aber Dame G6, die Damen zu tauschen, ergibt vor allem Sinn. Weil Weiß hat die schlechtere Struktur hier mit dem Doppelbauern auf G3 und G4. Und Schwarz vielleicht den ein bisschen anfälligen König. Dame E4 könnte man übrigens auch machen. Ja, habe ich schon. Es wundert mich überhaupt nicht, weil Drohungen werden auf diesem Niveau leider extrem übersehen. So, jetzt können wir noch Turm E1. Aha, ja. Turm H1, Dame schlägt G1, Dame H8 Schach ist meine Idee. Aber nach Turm H1 kann Schwarz-Dame H6 Schach machen. Okay. Ja, er macht es einfach. Er macht es einfach. Er schlägt nach dem Bauern auf G7. Es ist noch kein Matt, das stimmt. Aber das war jetzt trotzdem ungünstig. So, Sebbe überlegt. Noch ein Schach. Also man hätte hier den Bauern schlagen können. Ja, ja. Jetzt kann der König weglaufen über D7. Nicht F6 oder sowas. Dann kommt Turm E1. Dann ist die Dame weg. Nee, König D7 wird er machen. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass er Dame G6 machen wird. Kam nicht. Nein, siehst du, König D7. Ich kenne Hari. Ich kenne Hari. So, so. Aber du kennst so Hari. Hari Krishna. Ja, kenne ich gut. So, die Dame hängt. Er kann Schach geben auf E3. Mit dem König auf D7 ist natürlich nicht so schön. Den müsste er eigentlich über C8 nach B7 stellen. Ja, kann er jetzt machen. Es steht ihm frei. Weiß muss ein bisschen aufpassen mit der Grundreihe. Vielleicht kann man im gegebenen Moment mal A3 spielen. Sag mal, dieser Sebo hat bis jetzt nur Blitz gespielt. Das ist ein ganz neuer Spieler. Nee, Quatsch. Der spielt sehr viel. Der Sebo ist ein Blitz-Expert. Turm E4. Interessant. Ja. Geht halbwegs alles so noch für Schwarz. Vielleicht Tomei ein. Zumindest stehen die Figuren sehr aktiv. Tomei 1 wäre ein schwerer Fehler jetzt von Weiß. Den könnte Schwarz einfach rausboxen. A3 würde sich mal anbieten. Luftloch. Dame h5 vielleicht. Er macht A3. Sehr gut. Der Dr. Bruce. Danke dir. Beste Schachunterhaltung am Abend. Freut mich. Danke, danke. Ja. Wurde mal wieder Zeit. Ich habe das Gefühl, das letzte liegt ein bisschen zurück. War Mitte April, glaube ich, oder? Ja. Mitte April müsste es gewesen sein. 18 April oder so. Ja. Ja, aber dann hast... Ach ja, ja. Davor war das Turnier bei dir. Oh no! No! Ach du Scheiße, wie hängt die Dame? No! Alter, nimm die weg! No! Bitte nicht! Nein! Harry! Bitte nicht! Jawohl! Da ist es! Nein! 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 Das wissen wir jetzt nicht. Ai, 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 ai. Das war glücklich. Das war glücklich. Das war schon mal ein Einstieg. Ich hatte den Eindruck, dass Weiß eigentlich besser gespielt hat insgesamt. Besser und schneller, ja. den Flocke. Den kenne ich doch. Ja, der hat schon häufig gespielt. Der hat schon häufig gespielt. Butch, bist du es? Butch ist nicht am Start hier. Wo ist Butch? Ja, eigentlich könnte Butch auch mal mitspielen, oder? Der hat schon mal gespielt für Puff Morris gegen uns. Auch unter der 1000-Sektion oder wo war er? Die niedrigste, die es gab. So 800 oder so. Nein, das weiß ich nicht. Quatsch. Ah ja. Selber gesagt war ein Mauslip. Ja, schade, schade. Passiert. Passiert auch den Besten. Von daher macht er nichts raus. So eine nächste Passie läuft schon, ne? Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Die haben auch schon gewettet. Okay, italienisch. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen die Qualifikation zum World Cup verfolgt hast, Georgis? Nein, nicht so viel. Wieso? Was war da? Da gab es auch ein paar richtig böse Mauslips. Aber so böse. Okay. Also zum Beispiel Alexenko gegen Krasenkov steht besser im Turmenspiel. Oder es waren noch Läufer drauf. und er stellt seinen Bauern nach H3 statt nach H4 und verliert den Läufer auf G5, muss direkt aufgeben und ist raus. Und Krasenkov zum World Cup. Oh, okay. Krass. Ja, richtig mies. Naja. Ich war mehr mit... Ja, natürlich mit dem anderen Turnier beschäftigt. Das ist klar. Magnus Carlsen beschäftigt. Ja. Zum Beispiel den Fide-Groppri der Damen, den verfolge ich auch nur so stiefmütterlich. Auch nicht wirklich. Also den verfolge ich gar nicht. Bin ich ganz ehrlich. Der findet in Gibraltar statt, ne? Mhm. So. Merlin, wie immer, fast jeden Zug a tempo hier. Kennen wir nicht anders. Ist ein Zauberer. Er spielt super schnell immer. Für alle meine Subs, die spielen noch heute Abend, bitte zieht nicht zu schnell. Lasst euch Zeit. Das schont meine Nerven. Und es gibt keinen Preis zu gewinnen für schnelle Spiele. Lukas sagt, neulich hat Kugel die 9 zu 100 geknackt. Ja, aber in Rapid. In Rapid, nicht im Blitz. Ja, Rapid. Ja, Arik Braun hat es geschafft. Stimmt, das habe ich gesehen. Das hat mich natürlich gefreut. Ja. Der Arik. Stark gegen Rachmaninoff mit Schwarz gewonnen. Und dann mit Weiß Remi. Und irgendjemand hat es noch geschafft von den Deutschen. Rasmus. Rasmus hat es geschafft. Rasmus gegen Mofsesean. Ja, stimmt. Aber Donchenko, Blühbaum, Kolas haben es alle nicht gepackt. Der Date war Drake. Danke für den Prime. Okay, bisher hier vernünftige Öffnung von beiden Seiten. Der Springer auf E7 könnte ein bisschen aktiver auf F6 stehen. Aber okay, D4 jetzt durchgesetzt. Sieht sehr harmonisch aus, was Weiß gemacht hat. Man könnte jetzt einmal schlagen und mit D5 dagegen halten. Das ist so ein typisches Manöver. Einmal schlagen, dann D5 und so direkt das Zentrum wieder brechen. Mhm. Damit die Sieben. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Mal gucken, was Merlin jetzt spielt. Was er jetzt zaubert. Ja, Termini-Mette, oder? D5 gefällt mir nicht. Nee, aber... Das legt den Läufer hier... Ja, erst mal auf Eis, auf C4. Oh! Läufer bitte zurückziehen und dann B4. Dann ist die Puppe weg. Mal gucken, ob er das sieht. Der ist schon fast weg, ja. Der Springer steht schlecht am Rand. Greift zwar den Läufer an, aber... Du wirst zuerst die Läufer abtauschen und dann den Läufer zurückziehen. Äh... Hä? Hä? Wieso? Wieso nicht sofort? Na, weil ich sonst tauschen kann und B6 spielen kann. Ja, aber Läufer B6, Springer C4? Ja, gut, klar. Klar. Aber ich meine, willst du, dass ich auf E3 schlage? Ist auch nicht so ein Träumchen, ne? Nein, nicht damit E3. Mitras sagt, meine beiden Lieblings-Schach-Streamer. Der Abend wird wie der Knaller. Jihau! Das hat er wirklich gesagt. Das Jihau war nicht von dir. Nee. Tatsächlich nicht. Ja, findest du schön, dass bei der unter-400-Kategorie beide nicht unter-400 sind? Ja, komm. Jetzt hört auf, so pepseliger als der Papst zu sein hier. Die haben sich halt verbessert. Was wollen wir machen? Die spielen halt Partie und... Ja, die sind bei uns im Team jeweils und natürlich werden die dann noch besser. Das ist doch klar. Solche Stellungen mit geschlossenem, relativ geschlossenem Zentrum sind schwierig zu spielen auf diesem Niveau, glaube ich. Weil man muss auf die Flügel ausweichen und... Ja, was gibt es hier für Pläne mit Weiß? Es gibt den Plan Springer H4 nach F5. Das ist ein logischer Plan. G4 zuerst vielleicht, dann... Ja, das ist nicht gut. Er greift den B7 an, aber der hängt sowieso nicht. Aus schwarzer Sicht würde ich sowas wie F5 versuchen mal zu spielen. Oder C6. Angriff mal. Naja, er deckt den Bauern, er hatte Angst, aber der hing gar nicht. Na gut. Die Dame steht auf B3 komplett falsch. Ich würde wahrscheinlich jetzt sowas wie G4 machen und Springer H4 mit Weiß. Und dann den Springer nach F5 überführen. Oder Springer H4 zuerst und dann Springer F5. Ja, C4 ist okay. Irgendwann wird Schwarz von sich aus F5 machen, weil er keinen anderen Zug mehr sieht. Ja, F5 ist doch gut. Auf geht's. Bam, bam. Ja, man könnte eventuell G4... Man muss auch was mit der Gabel, mit G4, ne? G4 halt, ne? Es passiert gerade nicht viel. Beide... Nichts ist angegriffen so richtig. Keine... Ja, jetzt wird noch mehr geschlossen. A4... Damit vernimmt sich Weiß eigentlich Möglichkeiten. Ja. Man muss eigentlich sowas wie... Ey, Puff, danke dir für den Raid, mein Lieber. Kuss geht raus. Puff! Puff, Puff. Was sagt denn Puff dazu? Wollen wir mal kurz zu hören. Danke, Video Bamberg. So, wenn jetzt Weiß nimmt und Schwarz nimmt zurück, dann müsste G4 eigentlich eine Figur gewinnen. Ja, Freunde? Wenn egal wie Schwarz zurücknimmt, es müsste G4 eine Figur gewinnen für zwei Bauern. Wobei Weiß schon ein gewisses Spiel bekommt, also zum Beispiel Springer schlägt F5, G4 Lauf schlägt G4 und dann Springer G3. Bekommt Schwarz durchaus Spiel, wenn das kommt. Irina sagt, warum wird unser Chat ignoriert? Irina, ich sehe alles. Ist denn G4 so schwierig zu sehen gewesen, Chat? Er hat mal wieder sehr schnell gezogen. Er hat mal wieder sehr schnell gezogen. Ja, er spielt sehr schnell immer. Was ist bei Remi mit den Kanalpunkten? Nichts. Kann man nicht auf Remi wetten oder was? Nee, nur Sieger. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten bei den Kanalwerten. So, Weiß kann jetzt einen Bauern gewinnen. Dame D3, Dame schlägt D4. Ist nicht schwierig zu sehen. Komm. Komm. Dann verliert er zwar den Bauern auf A4, aber... Ah, hast recht. Shit. Aber es wäre trotzdem... So ist es besser. Guck mal, er macht es besser. Wieso, er kann doch schlagen. Jetzt läuft F3. Ja, das stimmt auch wieder. Oder Tome 8 spielen. Aber dann kommt der Springer vielleicht nach E6. A-Member oder A-Member auch. A-Member, das klingt wie dieses... Nee, das ist A-Weber, so ein Mail-Programm. Naja. A-Member. Okay. Ja. Gefällt mir das Schwarz immer. Ja, greift den E4 an. Da haben wir D3. Okay. Und jetzt kann man den A4 vernaschen. Simon the Bridge, danke dir. Ahoi, Landrat. Zurück, du Landrat. Ja, aber... Ja, stimmt. Schwarz steht hier sehr ordentlich. Er hat es gesehen. Er nimmt den A4. Okay, den D4 sollte man auch nehmen. Und dann ist die Frage, was macht Schwarz jetzt? B5 kann man überlegen? Oder irgendwie in einen Schach geben? Oder Dame C2 sieht eigentlich gut aus. Dame C2 rein da in die gute Stube. Na sicher, in die Olga. Das hast du gesagt. Dame C2... Der sagt Butch immer. Glaube ich zumindest. Das kann jetzt kein Maßstab sein. Butch ist der Maßstab schlechthin auf Twitch. inzwischen. Aha, wirklich, ja? Hast du schon Angst um deine Position als Christos Deutscher Streamer? Meine Vormachtstellung auf YouTube, die ist mir am wichtigsten, Niklas. Ach, wirklich? Jetzt? Sicher. Wieso jetzt? Na, ich dachte, auf Twitch läuft der Hase. Ach, Quatsch. YouTube. Da läuft. Du weißt ganz genau, wo der Hase läuft. Bei YouTube. Okay, wenn du das sagst. Bald die 100.000 voll. Aber du bist eingeladen zu meinem Stream, ne? Vielen Dank. Da bin ich gerne dabei. Hast du im Sommer schon was vor? Bist du weg irgendwie? Weißt du schon irgendwie? Turnier irgendwas? Nee, keine Turniere. Ja. Nee, es gibt ja nichts, ne? Nicht so richtig, ne? Nee. Nee, nee. Von daher, alles easy. Ja. Ja, wahrscheinlich im Juli irgendwann, denke ich mal. Ja. Ich sag dir Bescheid. Okay, okay, okay. Ja, dann bin ich wieder. Ja. Okay, so A4 gefällt mir ein bisschen. Ja, weiß steht sehr gebunden. Vielleicht kann er E5, kann er sich E5 erlauben? Ich glaube nicht. Am Ende hängt aber auch C4. Ja, ist Dauerschach vielleicht, aber... Ist es nicht. Nee, ist wahrscheinlich noch nicht mal, ne? Nee, genau. Ist noch nicht mal Dauerschach. Ja, nicht so leicht, vielleicht einfach die Stellung verbessern. König A2, ja, schön gespielt von Merlin Flocken. Sehr gut, König A2, hey. Einfach mal einen Abwartezug machen. Profilaxe Deluxe, ey, Merlin. Bombe. Bester Zug. Ja, am Ende, die Zeit macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ja, die macht mir Freude, die macht mir Freude. Lass dir Zeit, am Member. Ja, ich sag doch. Okay. Turm G3 hätte ich versucht seit jemandem, aber das droht nicht so viel. Wo will er denn hin mit dem König? Jetzt kommt Short. Jetzt kommt er nach G6 oder so, pass auf. Ey, König G3 ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber Turm E5 könnte man jetzt mal probieren. Ja, Turm E5. Da steht der Turm auch gut. Ja, Turm E5 kann Schwarz immer spielen, Leute, auch wenn Turm G3 kommt und alles blocken. Aber... Aber... Ja, 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 ich werd nervös. Ich werd nervös. Was soll denn, Turm A3? Bringt doch nix. Der E4 hängt dann. Ja, Turm G5 droht vor allem. Dann ist es zappenduster. Stimmt. Ja. Hast du gesehen? Ja, jetzt muss der Turm G3 forciert machen. Ja. Was wahrscheinlich auch nicht schlecht ist. Ja, ja. Wir wollen ja dann tauschen. Ja, Turm E5 zurück. Ja, Turm E5 zurück wäre gut, aber ich glaub, er wird abtauschen. Aber das hilft Weiß. Das hilft weißt. Weil die Dame steht richtig und die deckt alles aktuell. Die deckt alles und da geht's nicht weiter für Schwarz. Schach zurück. Es ist Schach, mein Freund. Das Problem ist, die weiße Dame kann aber nicht vernünftig ziehen, ne? Ja, aber gut. Wie soll Schwarz Fortschritte machen? Das ist die Frage. Das Problem ist, dass Weiß jetzt abwarten muss und du weißt, das fällt den Leuten schwer. Sowas wie König A1 oder so. Jetzt kann er wahrscheinlich E5 machen. Macht er auch, weil er Schach von E5 hat. Ja, und? Was bringt ihm das? Ja, das ist dann Remis. Das ist Dauerschach. Stimmt, das ist Dauerschach. Hoffentlich sieht er das. Das Dame E5 Schach. Ja, wird er sehen. Hat er geplant. Merlin. Es gibt keinen anderen Zug auch, ne? Er muss Dame E5 machen. Und jetzt Dame C8 ist Dauerschach mit Dame E6 der Idee. Dame E6. Das muss er sehen. Das muss er sehen. Macht keinen Scheiß, Alter. Man kann nach E7 laufen versuchen, aber es kommt immer dieses Dame E6 von G8 aus dann. Oh, man muss ein bisschen aufpassen. Nein, was macht er denn? Was macht er denn? Er spielt auf Gewinn. Er spielt auf Gewinn. Ne, was ist das für ein Gewinn? Ich glaube, der sieht das Dauerschach nicht. Das ist das Problem. Ah, aber jetzt kann er es wieder machen. Jetzt kann er sogar noch den C7 einstecken und dann versucht, mit dem D-Born zu laufen. Oh, stellt er den König da hin? Ah, D6. Dame E5 Schach wäre wieder Dauerschach. Also Dauerschach? Ja, Dame E5 Schach. Dame E5, nein. Jetzt macht schwarzes Remis. Jetzt macht schwarzes Remis. Weiß ich nicht. Er macht A3. Oder macht der A3 und geht aufs Ganze. Geht aufs Ganze hier. Unnötig. Unnötig kommt. Unnötig spannend hier. Aus meiner Sicht. Ich beschwirr mich nicht. Er geht aufs Ganze. So wollen wir es sehen. Auf geht's, A-Member. Let's go. Was geht denn jetzt hier ab? Und jetzt A2 und jetzt A2. Auf geht's. Oh nein, A2. Ne, A2 Dame C4 Schach. Ah, Dame C4 Schach. Dame C4 Schach. Bitte, hol dir keine Dame. Es ist rot matt. Dame C4 Schach. Oh. Er hat eine Minute Zeit. What? 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 What is this? Mann. Was ist das denn? Das kann er doch nicht machen. Der andere war da. Ah. Warum? Warum? Das muss er auch gesehen haben, dass die Dame kommt. Oh Gott. Kaczynski, danke für den Sub. Ich bin komplett verwirrt. Aber A-Member, ja, gekämpft und ja, irgendwie ist es geholt. Ja, das Problem ist, dass diese Zeit, dass die Zeit nicht genommen wird. Eine Minute Zeit. Ja. Eine Minute Zeit. Es ist, ähm, leider, wird da nicht nachgedacht. Nicht nachgedacht. Dame C4 gewinnt einfach den Bauern hier, ne? Oder man tauscht die Damen mit Schwarz, aber dann ist es Remy, weil man sich die Dame holt. Ne, Dame E6 kommt D8 Springer. Oder was meinst du? Ja, falls der Springer, falls Dame nicht voreingestellt ist, ne? Falls Dame nicht voreingestellt ist, ne? Das ist eine schöne Variante hier. Dame C4 Schacht, Dame E6, D8 Springer. Und egal, wohin der König zieht kann, weiß mit Schacht die Dame schlagen und gewinnt. Mhm. Aber Schwarz würde König E7 spielen. Dame schickt A2, König schlägt D7. Und wahrscheinlich ist die Störung gewonnen. Aber weiß, äh, ja gut, die Partie geht weiter, ne? Ja, der Fehler war davor, nicht das Dauerschacht zu machen einfach, ne? Also das war der Fehler. Nach D7 ist es schon, ja, ist es schon. Viel Taktik, viele taktische Fehler leider. Ah. Wie geil, sagt der Filmmaker. Und das war jetzt die zweite Partie. Ja, 1-1 steht's. Okay, ich hole mir kurz ein bisschen was zu trinken. Und dann, äh, ja, Arjen M1971 und Swirlz spielen als nächstes. Mhm. SW4, RSLS, SW4. Ach, die konnten es noch nicht abwarten, aber Schwarz hat noch nicht gezogen. Warten wir noch einen Moment, Swirlz, ähm, und wir machen gleich weiter. Ja, Swirls warten, weil auch die Predictions, bitte. So, an alle aus meinem Team, die noch spielen, bitte nutzt die Zeit. Es gibt keinen Preis für schnelles Spielen. Nutzt einfach die Zeit. Ja. So, die da. Okay. Bitte jetzt einmal muten an die beiden Spieler und dann kann es losgehen. Ja. Viel Erfolg. Viel Spaß. Was ist denn deine aktuelle Blitz-Rating eigentlich, Niklas? Ich komme. Ich komme zu dir. 2,630, glaube ich. Schmach. Du spielst jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Du rufst dich jetzt aus auf deinen 2,7, oder? Ich habe ein paar gute Tage Off-Stream gehabt. Da habe ich gezockt wie ein Weltmeister und dann erst mal ein bisschen Ruhe gegeben. Ja, 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 ja. Ich sage dir, du rufst dich jetzt aus. Du rufst dich aus. Ich komme dich schon noch holen. Sehr gut, Kauli. Ja, ähm. Nee, on-stream, dann geht es wieder direkt bergab, ne? Immer mit Quatsch. Du spielst gar nichts mehr, ne? 2,7, 11. Das heißt, das letzte Mal auch, als ich geschaut habe. Oh, Mann. Aber das motiviert mich. Dann denke ich, ich kann die 2,7 auch knacken. Ja, im Stream ist es schwieriger, Mann. Mit dem Labern, mit dem Chat gucken und so. Das ist echt, das lenkt so ab. Ja. Das lenkt so ab. Ich werde Freitag mal klassisch spielen, Mann. Klassisch? Ja, ja. Ich habe mal Bock, mal wieder ein bisschen länger nachzudenken. Ist ja diese schnelle Zockerei, ey. Boah, ey. Ich vergesse ja komplett, wie es ist, mal ein bisschen länger nachzudenken. Hier schlägt schon jemand vor. Mein Mod schlägt schon vor. Road to TBG statt Road to 27. Ja, das ist gut, ja. Völlig korrekt. Ja, und mit welcher Zeitkontrolle willst du ein Spiel? Am Freitag, oder was? Wenn du klassisch spielst, ja. Nee, das ist ein Turnier. Das ist jeden Freitag klassische Arena. 20 plus 10 wird da gespielt. Ja gut, das ist ja Schnellschach, oder? Ja gut, naja. Für Leaches ist es klassisch. Okay. So richtig super klassisch gibt es nicht oft. Kein Mensch spielt mit Stunden, ne? Und der Witz ist dann, besorgen die meisten und spielen 10 plus 0. Das ist auch ein bisschen lächerlich dann auch. Und Samstag spiele ich die Titled Arena, aber die ist Chess 960 dieses Mal. Aha, okay. Hm. Ja, die Arena, die klassische Arena dauert 6 Stunden. Ich spiele natürlich nicht 6 Stunden, Leute. Das könnt ihr vergessen. Ich fange 19 Uhr an und dann spiele ich halt so bis 22 Uhr. Irgendwann habe ich auch noch. Ja. 6 Stunden. Ai, ai, ai. Ja, ja. Das geht 6 Stunden. Das ist völlig verrückt. So, dann lass mal was zur Partie sagen. Londoner System wieder. Schwarz hat ein bisschen früh C4 gespielt. Also das war, ja. Und Weiß hat genau richtig reagiert mit B3, das direkt anzuhebeln. Aber jetzt hat er einfach den Bauern schlagen können auf C4. Ja, also beide übersehen, dass der Bauer auf C4 einfach hängt hier, Freunde. Ja, Schwarz muss auf B3 nehmen. Aber ich glaube, der hat das gar nicht im Blickfeld gerade, dass der Bauer hängt. Das geht hier schon wieder. E5 ist sonst ein guter Zug, aber jetzt konnte man den Bauer nehmen. Also er denkt jetzt auch ewig nach hier. Ja, erstmal Weißherbst, danke für den Sub. Er ist wahrscheinlich nervös hier. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil er denkt ewig nach hier. Ist das sein erstes Sub-Battle? Ich weiß es nicht. Und er lässt direkt einen Bauern stehen. Das kann ich nur mit Nervosität erklären, weil das ist zu schwach. Er spielt stärker normalerweise. Ja. Er hat das einfach nicht gesehen. Also auch ein Tipp, Leute. Den letzten Zug des Gegners. Immer kurz schauen, was verändert der letzte Zug des Gegners. Droht da was? Nicht nur die eigenen Züge beachten, die eigene Hälfte. Sondern auch die gegnerische Hälfte mal so ein bisschen beachten, was der Gegner macht. Den letzten Zug immer schauen, ob sich da irgendwas ändert, was Besonderes. So, jetzt kann er den Bauern zurückgewinnen, wenn er es richtig spielt, mit Springer G3 eventuell. Und dann auf, aber er hätte es auf C6 nehmen können, egal. Ja, jetzt bekommt er seinen Bauern wieder, das ist gut. Ich hoffe, er sieht das sehr gut. Jetzt ist er wieder, jetzt ist er wieder back in game. Es droht matt. Mal gucken, ob er sieht. Wir haben die gleiche Drohung wie bei der Partie gerade mit der offenen Haarlinie. Welche Partie war das? Die erste, ne? Die erste, ja. Der hatte Schwarzes nicht gesehen, aber es war jetzt stärker. Das Problem ist, diese lange Wirkung von Fernfiguren, diese Fernwirkung, die wird häufig übersehen auf diesem Niveau. Die langen Züge. Ja, ich muss es leider so deutlich sagen, es überrascht mich nicht. Ich habe sogar damit gerechnet, in dem Moment, wo er Dame C2 macht, dass er die Fernwirkung nicht sieht, der Dame. Ja, es ist so ein kleiner Zug, der man denkt, weiß, entwickelt einfach die Dame, aber dann kommt die böse Überraschung. Dann kommt die böse, die böse Überraschung. So, einmal vielen Dank an Jens Neuberg. Grüße gehen raus, mein Lieber, für die 21,99 Euro. Er sagt, danke für den genialen Content, schönen Abend. Dem wünsche ich dir auch schön, dass du dabei bist. Grüße dich, mein Lieber. Schön, von dir zu hören. Ja, stimmt, Dame C2 war tatsächlich gar nicht gut. Dame H5 hat den Läufer gewonnen, Georgius. Ja, okay. Na gut, Schwarz hätte noch F5 gehabt, aber Dame H5 wäre trotzdem auch stark gewesen. Aber Dame C2 war insofern natürlich schlau, weil das war so ein kleiner, feiner Zug und droht matt und auf einmal ist es da. Puh, okay, da ist die Führung, da ist die Führung, Freunde. Von daher selber, ich habe es dir gesagt, alles easy, alles easy. So, nächstes Game. Die Lady ist am Start. Lady in Black 90 gegen Cerebrum 166 mit Weiß eine Bank. Lady in Black, saustark. Okay, Cerebrum 166 ist nicht online aktuell. Okay. Wir haben natürlich sonst Leute auf der Ersatzbank, die hier einspringen können, aber warten wir noch einen Moment. Weiß irgendjemand mal sehen, was die Mods sagen, ob irgendjemand weiß von Cerebrum 166. Ja, alles Gutsfallzone passiert. Wenn man einen falschen Zug macht, ein Mausslip, es war ja nichts Schlimmes danach. Einfach tief durchatmen. Ein Zug entscheidet in der Regel keine Partie. Solche fetten Blunder wie am Ende, die entscheiden natürlich Partie. Einfach weiterspielen. Als ob nichts geschehen wäre. Das kann ich natürlich so einfach nach außen sagen, während ich selbst natürlich auch immer rot sehe, wenn ich Scheiße baue. Ich weiß. Okay, ja gut, Cerebrum ist nicht am Start. Von daher wechseln wir ein. Unseren geschätzten Mod CX wird dann spielen und hat, glaube ich, auch ungefähr eine Rating um die 1800, wenn mich nicht alles täuscht. Lady in Black, du wirst auf jeden Fall spielen. 1825 hat er, ist das in Ordnung? Was ist denn die Kategorie hier? Unter 1800. Nee. Komm jetzt. Lass den lieben CX spielen. Die Lady, die sitzt auf dem, sie steht auf dem Parkplatz mit dem Handy. Ja, du bekommst gleich einen Gegner, Lady, keine Sorge. Sie steht auf dem Parkplatz mit dem Handy? Ja, wahrscheinlich kommt sie von der Arbeit gerade. Lady in Black hat 1777, das passt auch. Ja, wenn kein anderer da ist, dann müssen wir es halt so machen. Ganymede, danke dir für den Sub und Alexa genauso. Nochmal hier. Komm, ich will CX sehen. Warte mal, warte mal. Lady, wann bist du zu Hause? Vielleicht können wir die Partie später spielen lassen. Ja, das stimmt natürlich auch. Wenn sie zu Hause ist. Ja, das ist jetzt nicht auf dem Parkplatz. Machen wir das. Lady, wenn du zu Hause bist, holen wir nach die Partie. Motz, bitte. Diese Partie wird nachgeholt. Okay? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Okay, Lady, du spielst zu Hause, ja? Oder geht das nicht? Nein, sagt sie. Okay, dann spielst du jetzt. Okay, dann. Sie sagt jetzt, sie sagt jetzt. Okay, jetzt. Okay, okay. Wie heißt der Gegner? Zex. Ich glaube, sie weiß nicht, wie der geschrieben wird. Z. Aber sonst kann Zex auch herausfordern. Das ist kein Problem. Zex ist Z-E-Y-E-C-Z, ne? Z-E-Y-E-C-X. Ne? Ach so. Zex, genau. Jonathan. Genau, Jonathan. Guter Mann. Sehr guter Mann. Okay, dann fordert euch heraus. Er soll mich herausfordern. Zex, fordert mal bitte die Lady heraus. Okay, sie haben sich gepaart und es geht los. Ja, Kanalwette ist abgeschlossen, ne? Vermutlich. Okay, dann kann es losgehen. Bitte in Stream muten und dann geht das ab hier. AndréXXL, grüß dich, geht raus. Du bist auch dabei. Schön zu sehen. Huschbett hat voll die dreckige Lache. Ja, das lobe ich mir. Huschbett. 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 Ja, bis jetzt war das alles ein bisschen zu einzügig entschieden, ne? Dame weg in eins, Matt in eins, Matt in eins. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wobei die eine Partie von Arm-Member, ja, das stimmt, das war auch ein Geschenk, könnte man sagen, ja. Das waren drei Geschenke bisher. Ja. Naja. Okay. So, mal gucken, was Lady am Start hat hier. Das ist hier Tarasch-Verteidigung, oder? Mit C5 und so. Naja. Also wenn, wenn Weiß mit E3 spielt, erstmal angetäumte Kolle und jetzt C4 ist eigentlich nicht so kritisch. Gleich hat sie sich verklickt, wundert mich auch gerade. Egal. Du meinst, sie wollte C3 spielen? Ja, kann ich. Auf dem Parkplatz mit den Zeigefingern auf so einem Smartphone. Ich könnte so gar nicht spielen. Kann ich gar nicht. Ich glaube aber, so kann man, so passiert weniger Maus-Slips. Weil es keine Maus ist, ne? Ja, genau. Ja, genau. Einmal Schlagen auf D4 hat mir gut gefallen. Jetzt hat man immer die Möglichkeit, dann Weiß einen Isolani zu verpassen, einen isolierten Bauern auf D4. Läufer G4 ist ja auch ein schöner Zug. Wobei, manchmal muss man aufpassen mit Dame B3. Ist das hier nicht so eine Variante von K.O. Kann? Diese Parmoth-Angriffe? Das kommt mir fast so vor, aber ich kenne mich nicht so gut aus. Ja, ja, das ist, das ist. Ja, aber nach Dame B3 erst, oder? Läufer G4. Das kann man jetzt machen. Oder was meinst du? Ist doch diese Variante, wo, weiß ich nicht. Ja klar, das ist Parmoth, das ist Parmoth, Dame B3, ja klar. Das ist Parmoth, ja. Ja, aber das Problem ist, ich glaube nicht, dass ihr das kennt und Dame B3 gespielt. Weil, wenn man das nicht kennt, spielt man das nicht. Weil dann hängt D4, hängt F3 so ein bisschen. Es sieht auf jeden Fall strange aus. Also gut, ich kenne die Variante auch nicht so gut. Thomas sagt, was ist der Wetteinsatz heute? Gibt keinen bisher. Man muss ja nicht immer einen haben. Es geht um Ruhm und Ehre und Prestige. Es kamen keine guten Vorschläge, wir lassen es sein. Okay, C schlägt D5, Springer schlägt D5, soweit so gut. Jetzt Dame B3. Das ist die Variante, ja? Jetzt Dame B3 ist das die Variante? Dame B3, Läufer F3, GF3. Und dann? E6 macht man. E6, ja. Ja, Dame B7. Ja, das ist nicht so gut, das ist harmlos. Ja, jetzt einfach E6 und Schwarz, ja. Weiß hat den isolierten Bauern. Schwarz bringt die Figuren raus, alles in Ordnung. Das ist eine sehr gute Isolani-Struktur. G6, auch interessant. Okay, ich möchte den Läufer nach G7 entwickeln. Ja, aber Dame B3 ist stark hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen lästig, weil man nicht so den Support hat auf dem Punkt D5. Das ist an E6 der Vorteil. Ja, die Frage ist, ob sie sich das traut. Also sie spielt eigentlich so aggressiv nicht. Okay, H3 ist auch nicht schlecht. Greift den FG4 an. Ich glaube, G6 war nicht so gut, einfach E6. G6 kostet ein ganzes Tempo. Ja, es kostet. Ich hoffe, Weiß kann das ausnutzen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Eieieiei, André XXL. Hat mal wieder zugeschlagen. André, 100 Euro. Meine Güte. Wow. Meine Güte, André. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Ich sage immer, die XXL im Namen, die stehen für die Großzügigkeit von André, der schon über viele Monate immer wieder sehr viel spendet und hier unterstützt. Vielen Dank. An dich, mein Lieber, schön, dass du heute dabei bist. Damn. Läufer C8 zurück in die gute Stube. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz günstig gelaufen. Ja, aber mal gucken, ob Weiß jetzt aggressiv nachsetzt. Mit einem B3 oder Läufer C4 den Springer nochmal attackiert irgendwie. So hat jetzt Weiß einfach mal ein Tempo geschenkt bekommen mit H3 und Läufer C8 zurück. Ja, ja, ja. Da hätte man den Läufer vielleicht nach E6 stellen können, aber ich weiß gar nicht. Ja, H3 war ein guter Zug, weil es hat eine unangenehme Frage gestellt. Vielleicht nach F5, vielleicht nach F5. Dame B3, stark. Sie macht Druck. Die Lady macht Druck hier. Ja, sicher. Die Lady ist richtig stark. E6 ist klar. Ja. Aber jetzt ist natürlich löchrig wie ein Schweizer Käse hier die schwarze Störung. Alle bauen auf Weiß. Läufer G5, Läufer C4, das sieht alles gut aus. Ja, das ist so hart. Der geht auch. Ja, jetzt muss man den Läufer nach G7 stellen, weil wenn man ihn nach E7 stellt, dann kann Weiß Läufer H6 spielen. Ja, Läufer G7. Ja, Läufer G5 sieht gut aus. Jetzt hier einfach mal die Dame angreifen und fragen, was du machst. Nein, jetzt geht es ins Endspiel. So billig. Ach, André, ich soll die 100 Euro weiterleiten an The Big Greek oder wie soll ich das verstehen? Was hat er denn geschrieben? Er meinte, Huschias musst du an TBG weiterleiten, danke. Ja, André, du kannst auf den Junkkanal kommen, geht auch. Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich dachte, ich soll das weiterleiten, dass du gespendet hast. Aber ja. Kann ich machen. Das sage ich nicht nein. Okay, so, was haben wir? Der Abenteausch. Und jetzt ist aber alles in Ordnung für Schwarz. Läufer raus. Ja. Kurz zur Schade. Das war ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schlaff gespielt. Das ist jetzt ausgeglichen komplett mit der gleichen Struktur, gleiche Materialverteilung. Ja. Wir spielen einfach eine Partie Schach jetzt. Wir spielen Schach, na sowas. Das, also Turm AC einzukälen. Ja, Springer A5 ist eine gute Idee, vielleicht, aber okay, vielleicht nicht sofort. Liegen wir schon wieder zurück, sagt Marcel Tagari. Ja, also ich kann, ich tut mir leid, Leute, also ich weiß nicht. Was soll ich sagen? Ja, gut, es hat gerade angefangen, das heißt nichts. Ja, gegen Panda war es natürlich schnell vorbei. Nein, wir hatten nur neun Partien. Ja, wir hatten neun Partien halt. Was, 19, 14? Nein, wir hatten nur neun Partien oder zehn insgesamt. Ach so. Und dann ist es halt schon irgendwie, dann stand es schon ganz schnell irgendwie 5-1, 6-1 und dann, ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Wir verteilen halt Geschenke. Griechen sind spendabel, wenn man bei uns zu Besuch kommt, dann wird alles geteilt, Leute, alles geteilt. Oh, Schwarz droht Laufheif, ne, droht eigentlich gar nicht. Ja, ne, pff. Springer D2, Springer G5. Turm D1, geht alles. Greek Gift, man kennt es, ja. Im Schach nennt man es Greek Gift. Trojanisches Pferd. So, Turm D1, überdeckt D4 nochmal, ja. Ich denke, Weiß hat ein bisschen Druck hier, der Turm steht gut auf C5. Aber wie geht es weiter? Springer G5 könnte eine Idee sein? Alles wird geteilt, sogar der Bildschirm. Ach ja, du machst ja jetzt. Weißt du, was mache ich jetzt? Du machst ja jetzt mit Qualifikation für das Tapette und so weiter, ne? Haben wir gemacht zweimal jetzt, ja, völlig verrückt. Das nimmt Ausmaße, Jan. Völlig wild. Ja, völlig verrückt. Und wie läuft das dann? Also, dann spielen die ein Turnier und dann in jeder Kategorie oder wie? Ja, genau. Also, spielen sie in jeder Kategorie ein Turnier oder einfach ein Großturnier und dann immer der Beste? Nein, das hast du schon gesagt, dass in jedem, jede Kategorie ein Turnier. Was? Das ist ja voll der Aufwand. Ja, meine Mods sind Profis, die kümmern sich drumherum. Ich sage nur noch, geh die ab und kommentiere das Ganze. Ja, wir haben das jetzt zweimal gemacht halt, ne? Was sagst du? Geh die ab. Was heißt das? Los geht's. Kennst du nicht Seinfeld? Seinfeld, 90er Jahre, super Serie. Ja. Geh die ab. Geh die ab. Okay, ich dachte schon, das wäre griechisch. So, was ist hier los? B6, der Turm muss zurück, aber dann hängt der Bauer A6. Gucken wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Geht hier Läufer F3, Läufer F3, Springer D4. Geht das zufällig? Ja. Ja, aber der D5 hängt auch am Ende, also ist nur ausgeliefert. Ja, aber ich scharze es ja unter Druck, von daher, das würde helfen. B5 ist der normale Zug, aber jetzt ist natürlich der Springer auch ein bisschen wacktiger geworden. Jetzt kann der Turm sich wieder einpflanzen auf C5. Ja, macht er auch. Oder macht sie auch. Ja, Swarthorn ist egal. Mein Gott, passiert. Ja, droht Weiß hier, Verdoppelung der Türme vielleicht. Also die Zeit sehe ich gerade. Weiß bietet Remi und Schwarz lehnt ab. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, Weiß steht Turm C1 hier. Okay, aber als Springer E7, ja, geht alles. Weiß hat viel mehr Zeit, ne? Ja, warum hat Schwarz jetzt abgedehnt? Also, okay. Zex hat wahrscheinlich zu häufig gehört, wie ich geschimpft habe, wenn Leute Remi annehmen. Aber hier, ich meine, man hat weniger Zeit, man steht ein bisschen schlechter. Kann man auch mal Remi annehmen tatsächlich. Läufe F8 hat mir gut gefallen. Schönes Manöver gesehen, um den Turm zu vertreiben. Komm, Springer E5, mach mal einen Aktiven hier. Springer ein bisschen aktiver. Setz ihn mal unter Druck, der hat nicht so viel Zeit. Springer E5, F6, alles easy. Ja, trotzdem. Ja, ja. Man kann es machen. Springer D3 zurück, Springer C5. Das stimmt, ja. Das ist eine gute Route. Ja, eine gute Route. Was denn? Was denn? Das ist so. Das ist eine gute Route. Das reibt sich. Ja, okay. So. Ja, ich habe gute Nachrichten für dich, Georgios. Also die ersten 100 Euro, die waren wirklich für dich? Ja, ey. André, danke dir, mein Lieber. Tausend Küsse hier. Komm doch mal in meinem Stream. Hol den Kuss ab. Hol den Kuss ab, André. Was heißt denn die ersten 100 Euro? Weil er jetzt gerade noch mal 100 Euro gespielt hat. André, auch Küsse von mir. Scheiße. Vielen lieben Dank. 100 Euro? 200 Euro, mein Lieber. 200 Euro. Neuer Gönner am Start? Nee, nicht ein neuer Gönner. Ich sage dir, André ist schon lange dabei. Krass. Und unterstützt schon lange. Und ja, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar dafür. Vielen Dank, André, für den Support. André, wenn du mal mitspielen willst hier, sag Bescheid beim Sub Battle. Du bist natürlich herzlich eingeladen, jederzeit. Ich hätte YouTube nie verlassen sollen. Da waren die Leute richtig spendabel. Da gab es richtige Trinkgelder. Ach komm, hör auf. Wie, Remi? Was ist jetzt passiert? Ja, wir haben Remi gemacht. Ich glaube, CX hat jetzt angeboten. Jetzt hat Schwarz Remi angeboten. War ihm zu heiß die Kiste. Ja, war ihm zu heiß. CX sagt, ach schade, bevor ich das gegen den Baum fahre. Ja, ich glaube, er hat es fast in den Baum gefahren. Läufer G5, F3 und solche Sachen. Läufer G5 könnte jetzt stark sein. Der Läufer ist auch ein bisschen gefährdet. Aber ja, Läufer G5, Läufer G7. Es bleibt eine spannende Stellung. Nee, es geht alles noch. Es geht alles noch. Okay. Remi ist okay. Ja, gut. War eine unglaublich spannende Partie. Sagt er, ja. Ganz bierhaft. Roland, 1991 spielt für mich jetzt. Aber ich meine, nachdem du dich beschwert hast, dass immer die Fehler kamen, die dicken Dinger, war das ja eine Partie, die recht solide war. Wie aus einem Guss. Wie aus einem Guss. Ja. So, gegen Cheops. Die haben sich schon herausgefordert, Niklas. Roland ist schon gepaart. Cheops hat Weiß, Roland Schwarz. Das ist hier Kategorie unter 2000, glaube ich. Ja. Und Roland hat sich tatsächlich für beide Sub-Pattles beworben. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn einfach eintrage, dass er gegen sich selber spielt. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Lady war super solid, die Partie. Keine Fehler. War doch okay. Wo ist denn das Problem? Der Gegner war auch gut. Hat auch keine Fehler gemacht. Das Remi ist okay. Ein normales Ergebnis. Ja. Lechi sagt, ich liebe eure Battles. Das freut uns Lechi. 1997. 1997. So. Cheops hat schon mal gegen ihn gespielt. Zweimal schon. 2-0 für Cheops. Obwohl, Roland hat mehr Zahl. Mal gucken. Roland hat mehr Zahl. Jetzt kommt Königs-Englisch. Martin Ruther King. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du auch dabei bist hier. Martin Ruther. Okay. Müsste ein Chessens-Duell sein, sagt DN27593. Stimmt das? Sind beide in meiner Schachschule? Roland, ja. Und Cheops, glaube ich, auch. Oh. Meine Schüler hier. Gegeneinander. Stimmt. Tatsache. Na, mal sehen. Mal sehen. Was sie hier fabrizieren. Okay. Ja, ich hoffe, Schwarz lässt sich jetzt nicht irgendwie komplett eindrücken. Irgendwann mal das Zentrum attackieren mit E5 oder so. Auf geht's, ne? A3 ist ein bisschen langsam. Braucht man, glaube ich, hier nicht. Einfach, dass wir den Läufer raus und kurz hochieren. Ich weiß nicht, ob die Wette gelaufen ist. C-Sec. Kanalwette, weiß ich nicht. Das müssen die Mods bitte im Auge behalten. Wenn du Kanalwette sagst, denke ich irgendwie immer an Kanalratte. Ich auch. Das finde ich jedes Mal, ne? Ja, ich auch. Ich habe auch immer Kanalratte dann im Kopf. Das ist Kanalwette. Das ist so ein bisschen... Wette, Ratte, ne? Es ist nur so zwei Buchstabenunterschied. Wette, Ratte, Wette, Ratte, Wette, Ratte. Ja, genau. Danke. Ah, lecker Wasser. Mh, saftig frisch. Läuft ihr die zwei? Voll saftig. Ja, was kann man hier machen als Schwarzer? Sowas wie H6. Den Läufer mal befragen. Erstmal. Ja. Ja, H6, genau. Und dann kann man auch über E4 nachdenken. Vielleicht wartet man noch, bis weiß kurz rochiert, weil sonst macht sich weiß vielleicht vom Acker und rochiert lang. Aber dann kann man auch mal abschließen im Zentrum und versuchen, die Bauern nach vorne zu peitschen. Peitschen ist immer gut. Ja, das gefällt dir. Okay, Läufer raus oder Turm E8 oder Dame E8 ist, glaube ich, auch so ein typischer Zug. Gefällt dir peitschen? Gefällt dir peitschen nicht? Kommt drauf an. Wenn es um meine Bauern geht, dann gefällt es mir. Die peitsche ich gerne nach vorne. So, Knight H5. Jetzt kann man Springer schlägt D5 spielen, oder? Springer schlägt D3, Springer schlägt D6. Ja, das ist zu kompliziert. Obwohl am Ende nach Springer schlägt D5, D schlägt D5, Läufer schlägt D5, hängt auch der Bauer auf D4. Nee, das lassen wir lieber. Diesen Schabernack. Richtig. Vielleicht erstmal D5. Nö, erstmal Zeit lassen, Cheops. Schön viel Zeit lassen. Ja, ich meine, die Zeit ist ja da, ne? Easy. Ja. Ich nehme erstmal einen Schluck von meinem Kokoswasser. Ah, so erfrischend. Kaufst du das, was machst du selbst? Ich mache das selber natürlich, in Eigenproduktion. Aha. Kaufst du Kokosnüsse oder was? Ja, ich... Naja, nee. Also, ich kletter hoch und pflücke sie. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber vor allem das Knacken. Dazu nehme ich immer so einen Hammer. Das ist schon ein bisschen auch Sport. Aber dafür ist es dann frisch. Und wir wissen natürlich, weil wir deinen Instagram-Kanal jeden Tag prüfen, dass du natürlich über einen Buddy verfügst, der sowas natürlich möglich macht. Ja, der Buddy, den stehle ich natürlich auch nur dafür, dass ich die Kokosnüsse dann knacken kann. Das ist alles sehr, ja, das ist dann auch meine Motivation. Ja, siehst du auch, wie hier die weiße Stellung geknackt werden kann, wenn Schwarz das richtig macht? G4 oder was? Ja. Dann ist erstmal der D4 weg. G4 ist ein knackiger Zug. Leute, hier, Chat, G4, greift den Springer an, der muss irgendwo hin. Dann kommt E schlicht D4. E schlicht D4. Läufer schlicht D4 mit Schach. Ach, das wäre der schwarze Preis gewesen. Jetzt wäre der Schach jetzt so wichtig, aber okay. Ja klar, ohne Schach ist der G4 weg. Ja, okay, okay, okay. Herr Großmeister, passen Sie mal auf hier, ja, Herr Ruschenbeet. Sie haben doch eine Schachschule. Sie müssen doch hier ein bisschen aufpassen, Herr Großmeister. Okay, jetzt geht es auf die weißen Felder. Gefällt mir gar nicht so schlecht, obwohl Schwarz hier vollkommen in Ordnung stehen dürfte, vor allem mit dem komischen Doppelbauern. Danke für den Zap-Cheer 666. Ja, ich hätte F4 gemacht. Wieso nicht? Stimmt, F4 sieht gut aus. F4 Königsinnis-Style. Jetzt bitte B6, nicht den stehen lassen. Wobei es droht eigentlich gar nicht so viel. Ja, dann kommt auch der Turm rein. Ach nein, doch nicht den Turm so entstellen. B6 einfach. Ja gut, ja gut. Und dann F4, Schwarz. Halb so wild. Halb so wild. Halb so wild, stimmt. Ich darf gar nicht über die Partie reden. Ja deswegen, weil C5 kommt. Das ist ein Argument. Und bitte jetzt nicht reflexartig rausnehmen, bitte. Na gut, die Reflexzeit ist schon überschritten. König 8, guter Zug. Deswegen war B6 wichtig. Dann wäre C5 nicht möglich gewesen. Ja, C5 wollte Weiß spielen. Weiß möchte am Darmflügel spielen. Dort hat er mehr Raum. Und dort möchte er gerne Linien öffnen und versuchen, was zu starten. Danke. Hagas, H, G, G, As, 1. König H1 macht er auch erstmal. Okay, kann man machen. So, Schwarz kann die ganze Zeit mit F4 attackieren. Den Bauern G3. Und Weiß kann nicht G4 machen, weil der Läufer den Bauern nimmt. Deswegen ist F4 stark. Wenn er nimmt, dann kann Schwarz mit dem E-Bauern nehmen. Sehr stark. Oder mit dem Turm. Es geht alles. Es geht... Vor allen Dingen, wie schnell, ne? Wie schnell, ne? Ja, das war geprüft. Also Turm schlägt F4 oder ich finde E schlägt F4 sehr attraktiv, um den Läufer zu öffnen. Das ist eigentlich das, was Schwarz haben will. Aber G schlägt F4 war die schlechteste Art und Weise zu schlagen. Wobei auch hier Schwarz vollkommen in Ordnung steht. Es fehlt einfach der schwarzfertige Läufer, der hier die Felder deckt. Ja, bei Weiß. Bastoba sagt, ich bin gerade mitten in deinem Einstellkurs, Niklas. Konnte mich schon von 900 auf 1100 Läufer verbessern. Ist echt ein super Kurs. Das freut mich zu hören, Bastoba. 200 Punkte schon plus gemacht. So schnell kann es gehen. Okay, da ein B6. Ja, guter Zug. Deck den Bauern, festet den Springer. Es droht A6. Obwohl, Weiß hat noch Springer D4. Nicht wirklich. Oh, der B6. Nimm den weg. Nimm das Ding weg. Nimm das Ding weg. Er wollte die Dame decken, aber hat damit die Deckung des Springers vernachlässigt. Ein Jammer. Ein Jammer. Ein Jammer. Er muss sogar jetzt die Damen tauschen, weil die Dame greift auch noch den Turm an. Stimmt. Ich drücke Matt. Nein, nicht ganz. Er gibt auf direkt. Ja, gut. Also, es ist einfach eine ganze Figur ohne jegliche Kompensation. Aber, sie haben schon an. Also, normalerweise geben die doch nicht auf. Ja. Hm. Schade, Cheops. Schade, schade. Kopf hoch, passiert. Weiter geht's. 200, 200. Das ist der Ausgleich. Das ist heute echt der Tag der Einsteller, ne? Stimmt. Vier Partien. Nee, hörte mal. Ja, vier Partien. Wobei, ich meine. Stimmt. Vier Partien waren einzig. Die eine Partie, ja. Da musste man wirklich schon Damen C4 finden. Also, sonst. Wovon redest du? Bei dem Damen-Einspiel. Da war, da war die eine Seite schon noch unterbrochen. Okay, Ridge 59 gegen Sheep. Sheep ist normalerweise bei mir am Start. Ist bei dir am Start. Nein, nein, nein. Nein, Sheep ist immer, war schon immer bei mir am Start. Der ist bei mir immer im Stream. Immer. Als Erster. Das gibt's doch nicht. Nee, Sheep hat doch schon bei mir auch schon häufig gespielt, oder nicht? Ich weiß es nicht. So, dann haben wir jetzt 3 plus 2. Es wird ein bisschen schneller bei diesem Format. Nämlich unter 2, 2 und unter 2, 4. Haben wir 3 plus 2. Ein bisschen schnellere Schach. Sheep ist auch in meiner Schachschule Chessons dabei. Und ja, guter Mann. Guter Mann. Und ja, auf geht's. Achso, das ist 2.000 bis 2.2. Also knapp über 2.000 beide. Das ist fair. Das ist fair. Ja. Sheep ist Hushis Mod? Ja, klar. Du bist vollkommen überrascht, ne? Ich sag dir doch. Okay. So, ja. Ihr könnt loslegen. Bitte in Stream Mutant natürlich. Kanalratten sind abgeschlossen. Und los geht's. Ja, ihr könnt anfangen. Die Kanalwetten laufen immer. Parallel, die ist glaube ich schon gelaufen. Hier sagt jemand, TBG hat sogar mal gegen Sheep gespielt und gesagt, was ist mit dir, du Schaf? Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, Sheep ist bei uns auch Subscriber. Also der spielt ja häufig gegen mich. Ja. Ja klar, was ist jedes Mal? Was ist mit dir, du Schaf? Ich gucke auch gerade. Ich habe 46 Partien schon gegen den. 46 Partien. Ja klar. Boah. Ist das der Spieler, gegen den du den meisten Partien gespielt hast? Nein, weiß ich nicht. Night of Zero habe ich auch. Parabre, Parabre. Ohne Ende. Parabre. Und was ist dein Score gegen Sheep? Ja, leicht im Plus, glaube ich. Es ist häufig simultan oder so. Ach so. Okay. Verrat, sagt da jemand. Und Sheep ist immer der Erste im Chat bei uns, das stimmt. Witzigerweise. Ja, guter Mann, guter Mann. Okay. Was haben wir hier in der normalen Öffnung? Halbslawisch, ne? Ja, wie auch immer. Ist auch egal. DC4 und B5, das ist so ein typisches Motiv, um den Läufer dann zu entwickeln, hier ein Tempo zu gewinnen. Wir haben fast 60 Partien, sagt Parabre. Okay. Also noch mehr sogar. Okay, B5 wäre jetzt sehr logisch. Genau, dann kann der Läufer nach B7. Schwarz spielt A6 und möchte irgendwann C5 spielen, um das Zentrum anzugreifen und auch die Figuren zu befreien. Ah, lecker Wasser. Okay. Schieb lässt sich ein bisschen zu viel Zeit für meinen Geschmack in dieser Eröffnungsphase. Da können die Züge eigentlich, bam, 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 können die kommen. Grochade, Läufer B7, A6, so die normalen Züge. Und dann braucht man die Zeit ja noch später, weil drei Minuten ist nicht viel. Schieb ist nervös, Schieb ist nervös, Schieb ist nervös. Der kennt diese Situation ja schon. 46 Partien gegen TBG, da ist er nicht mehr nervös. Das Schaf ist nervös, das Schaf ist nervös, das Schaf ist nervös. Okay, ja, so, Ritsch nimmt sich jetzt auch ein bisschen Zeit. Ja, was macht mir hier, E4, Tom C1 sieht normal aus, okay, A6 und dann C5. Das ist oder, das ist typisch. Gute Partie bisher, man weiß. Ja, von Schwarz auch, ist ja noch nichts passiert. Normale Entwicklungszüge gemacht. Das ist jetzt die sechste Partie, ne? Steht 200, 200, ne? Ja, das ist korrekt. Ja, guck mal. Ja, man müsste vielleicht E4 machen jetzt so langsam mal im Zentrum. Und weil, wenn nämlich Schwarz so ohne Probleme C5 spielt, so wie jetzt. Ja, A3 ist zu langsam. Ja, ja. Jetzt C5 und Schwarz hat vielleicht schon mehr als ausgeglichen tatsächlich. Ja. Also hier ist jetzt alles Paletti. Ja, ja, das ist, man muss E4 machen eigentlich in dieser Stellung mal schneller, um aggressiver zu spielen, weil das ist jetzt so, na gut, es ist nicht viel passiert, schlagen oder Läufer B1 oder so und dann damit C2 die Batterie aufbauen, die klassische Batterie. Ja, aber ich würde wahrscheinlich zuerst nehmen auf C5. Fünf? Ja. Und dann die Damen tauschen oder wie? Ja, das ist das Problem, das werden Damen getauscht. Ja, jetzt kommt Springer C5. Läufer Schieb, hau die Züge raus, mein Lieber. Läufer E2. Nicht so passiv. Läufer E2. Jetzt kann man auch da im B6 spielen, zum Beispiel Schwarz steht sie an. Läufer E2 ist zu passiv, der F3 hängt nicht. Man tauscht mit weißen Schwarz nicht den Läufer auf B7 gegen NF3. Das ist schlecht sogar. Der Doppelbauer ist dann sehr stark in solchen Stellungen. Okay, er tauscht ab. Wenn der Turm schlägt, kann man vielleicht auch mal einen Springer auf B3 platzieren. Das ist eine Allerweltstellung, komm, zieh. Aller Weltstellung. Ja, also da ist nichts los, ne? Also das ist ja so, pff. Also ich würde das lieber mit Schwarz spielen inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Mehr Raum. Auch durch den B5. Ja. Die Figuren stehen ein bisschen besser, ne? Vor allem der Läufer auf B7, der hat einen guten Eindruck. Der Läufer hätte ja nicht nach E2 zurückgemusst. Warum überlegt er jetzt 1000 Stunden, wie er auf D1 wieder schlägt? Schlag einfach mit dem Turm oder mit dem anderen Turm oder wie auch immer. Aber schlag nicht mit dem Läufer. Du sagst es so, ne? Ich wollte nichts sagen. Niklas sagt es. Ich dachte, man liegt ja jetzt noch 30 Sekunden lang an der Stelle. Ich verstehe, was ist denn los? Es ist halt Inter gestorben. Okay, jetzt. Jetzt hat er weniger Zeit als Sheep. Also das war jetzt komplett unnötig. Das ist ein Zug, den macht man in einer Sekunde. Die Zeit brauchen wir noch. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Alles gut. Was ist denn jetzt los mit Rich? Jetzt macht er B4. Das ist auch schwächend. Okay. Muss man schauen, ob es gerechtfertigt ist. Ja, die Sache ist, ich glaube, Weiß ist so ein Spieler, der gerne angreift. Und das ist natürlich jetzt so eine eher sehr technische Stellung, wo nichts los ist. Ich muss noch kurz auf seinen... Ja, genau. Ich habe schon mal gegen ihn gespielt und der greift sehr gerne an. Und hier ist natürlich gar nichts los. Warum hat Schwarz jetzt hier genommen? Ich weiß nicht genau, was er im Sinn hat. Jetzt Springer E4 wahrscheinlich. Springer D7 kommt schon, Turmschläge D7. Das wäre nicht gut. Ja, das ist... Hä? Ja, Springer E4 kann er machen. Stimmt, dann nimmt er raus und nimmt er mit dem Läufer erstmal. Okay, er kann mit dem Läufer nehmen. Aber das ist okay. Let's go. Ey, die haben ja beide keine Zeit mehr. Ja, richtig. Oh Gott, oh Gott, das wird jetzt ein Zeitdruck-Drama wieder, Deluxe. Was ist das denn? Turm D1? Wo geht denn B1? Wo geht denn der Springer? Turm D1 ist weg, ne? Hä? Turm D1? Hallo? Warum zieht der denn jetzt nach B3? Turm D1? Lauf schlägt auf D3. Ah, Lauf schlägt auf D3. Was ist das denn? Ne, greift den Turm an. Turm D1, der Springer ist weg. Ja. Und jetzt ist der Springer angegriffen auf C3. Uiuiui, das war gerade knapp. Das war knapp. Ja, jetzt Tom C2. Rein da! Rein da in die gute Stube! So schnell kann sich das drehen. TBG hat, äh, Schieb hat Blut geleckt. Er hat Blut gerochen. Oh, Turm D8 geht nicht. Ne, alles gut, alles gut, alles easy. Turm D7? Aha, okay, er versucht zu verwirren, aber einfach beide Figuren wegnehmen. Einfach beide Figuren wegnehmen. Einfach beide Figuren wegnehmen. Okay, das geht auch, das geht auch. Wie klasse ist auch gar nicht bei der Sache, merke ich. Oh Gott, so unnötig, die Niederlage. So unnötig. Noch ist das Pferd nicht im Stall. Ach. Ja gut, aber Schieb ist so abgeklärt, ne? Das ist abgeklärt, da sind sogar keine Figuren mehr auf dem Brett. Wie soll das denn noch gedreht werden? Na, schau mal, schau mal. Ja, ein bisschen Hoffnung ist da. Jetzt Turm 1 und Springer F1 und ein bisschen Abzüge machen. Ja, ist fast matt. Ja, da ist aber nichts mehr. Und jetzt? Na, guck mal, die ganzen Bäuerchen sind weg. Doch, man nimmt ja den nicht. Den G6 kann man nehmen. Ja, den G6, der sieht es nicht. König F6, der G6. So, jetzt kann man mal dieses Turm C1 und Springer F1 machen. Oh, A5 ist aber sehr nervös. Der Bau auf B5. Was machen die denn jetzt? Ja, in Zeiten. Das ist vollkommen random hier. Die Züge sind... Mein kleines Problem ist auch, das Weiß spielt zu schnell. Also man kann doch mal reinschauen. Ja, man kriegt ja zwei Sekunden dazu. Naja, klar. Man kann doch mal reinschauen. Man muss nicht jeden Zug irgendwie innerhalb von einer Sekunde machen. Ja. B2 ist einfach aus. Da wird gar nicht mehr geguckt, richtig? Sobald die bei zehn Sekunden sind, dann wird jeder Zug irgendwie so runtergerattert. Ja. Keops, mein Lieber, vielen lieben Dank für die 20 Euro Sachs für Springer-Einstellungen. Alles easy, mein Lieber. Das passiert. Mach dir nichts draus. Und schön, dass du dabei bist. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung. Und wir holen uns das Ding natürlich hier. Also wenn ich eine Spende für jede eingestellte Figur bekommen würde in Sub-Battle-Seller, wäre ich ja noch eine Villa an der Alza schon, ey. Der Turm, der Turm hängt doch. Nimm doch den Turm. Nimm doch den Turm. Der wird gar nicht mehr geguckt. Der wird gar nicht mehr geguckt. Also es ist vollkommen wild jetzt hier, ne? Ja, ja, das ist einfach nur irgendwelche Züge machen. Ich meine, ja, Weiß spielt schnell, aber ich meine, man bekommt ja Zeit dazu. Ja, ja, das ist etwas, was vergessen wird sehr gerne. Dass man eigentlich Zeit dazu bekommt. und dann wieder auf 20 Sekunden ist. Man kann doch mal nachdenken. Naja. Okay, Schieb. Glückwunsch für den Sieg. Ja, Bridge hatte eine gute Chance mit Turm B1 an der einen Stelle. Das hätte wohl einfach den Springer gewonnen. Ne, ich sehe nicht, was hier schwarz machen könnte. Na, Turm B1 hier einfach. Der Springer ist angegriffen. Okay, schwarz kann noch ein bisschen rumfummeln mit G5, sagt der Computer. Aber das ist ein Zug, der ist schwierig zu sehen. Also mindestens. G5 und G4, der sich noch aus den Ärmeln ziehen können. Hätte er niemals gesehen. Und man gewinnt ja mindestens einen Bauer bei der ganzen Geschichte. Also Turm B1 ist, ich weiß nicht, der Springer da. Na gut, na gut, na gut. Das ist die Führung, 3,5, 2,5. Und dann haben wir noch eine Partie in der Hinrunde zwischen Fasois und Hesskeller. Die haben sich auch schon herausgefordert. Okay, G4skeller. Ich glaube an dich, Junge. Gut, Kanalwetten sind abgeschlossen. Bitte stream muten. Und los geht's, oder? Von deiner Seite? Ja. Ja. Ja? Ja, wieso nicht? Okay. So, was haben wir? Sizilianisch. Ja, der Fasois spielt immer dieses Sizilianisch mit E6 und Paulsen spielt er immer mit A6. Er mag diese Stellung. Hatanga ist am Start. Der spielt heute nicht, ne? Nee, Hatanga hat sich nicht angemeldet. Ach, der hat sich nicht angemeldet. Der ist aber mir im Chat gerade. Moin. Okay, Grüße gehen raus an Hatanga. Skillgown. Danke für den Prime. Ja, Schieb, das wissen wir ja. Theorie? Was hat Schieb gesagt? Als Mod für Niklas. Sonst wie oft. Immer gerne für dich. Ja. Wir teilen dich gerne. Oh. So, Hesskeller scheint mit dieser Eröffnung nicht so vertraut zu sein. Steckt hier schon früh viel Zeit rein. Ja, aber man kann hier nicht viel falsch machen. Einfach Figuren entwickeln. Ja. Das ist eine normale sizilianische Mittelspielstellung. Mhm. Oder nicht? Ja. Ja. Hier gibt es ja nichts Konkretes jetzt noch direkt halt, ne? Figuren entwickeln, rochieren, Türmenzentrum, F4, solche Geschichten halt, ne? Solche Geschichten. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich glaube, die muss ja noch mal ein bisschen sizilianisch Unterricht geben, Großmeister. Ja, bitte. Danke für den Sattenmuro. Danke. Hast du jetzt eigentlich so eine virtuelle Brille geholt, oder was? Äh, habe ich sogar, aber ich habe die unglaublich. Die liegt bei mir seit drei Wochen, ne, seit vier Wochen liegt die da rum. Ich habe die immer noch nicht getestet, ey. Meine Güte. Was ist da da los bei dir? Ich habe so viel zu tun, Niklas. So viele Interessen, so viele Hobbys, so viele Leidenschaften, ey. Ich komme nicht dazu, diese Brille mal aufzusetzen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht traue ich mich auch nicht. Ich habe Angst vor diesem, wie hieß nochmal dieses, wenn man Kopfschmerzen bekommt. Wie hieß das nochmal? Motion Sickness? Achso, Motion Sickness. Hieß das so? Äh, ja. H6? Hast du das denn sonst? Äh, was heißt sonst? Wobei denn? Naja, wenn du, wenn du auf dem Schiff fährst, oder? Ich fahre selten Schiff. Ich fahre selten mit dem Schiff durch die Gegend. Wenn du über die Elbe schipperst, auf deiner Yacht. Na gut. So was macht schwarz hier? Warum verzichtet ihr auf die Ruhade? Was ist mit der Ruhade hier? Hat der keinen Bock drauf? Ne, ist es ozianisch. Da rochiert man nicht. Da schiebt man einfach die Bauern nach vorne, ganz wild. NC steht im Trend. König H1, ja, F4, ja. Weiß nicht, vielleicht will er G5 machen, oder so? Wir werden es sehen. Aber ja, es wäre der Zeitpunkt jetzt langsamer gekommen. Hier kann man übrigens auch F4 spielen, weil nach Darm schlägt D4, kommt Läufe für F2. Zu kompliziert. Ach, Hesskeller sieht alles. Hesskeller, geiler Name, der Hesskeller. So, was ist der Plan hier von schwarz? Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Springer E5 vielleicht, Springer C4 oder Ruhade einfach, ne? Ja, ich meine, man muss einfach mal ruchieren jetzt. Ansonsten im Geigenmoment D5 spielen, wenn es gut umsetzbar ist. Man muss immer schauen, wenn weiß dann mit E5 antwortet. Vielleicht kann man Springer E4 spielen. Was denkst du? Ja, wenn man aggressiv spielen will, dann macht man G5. Wobei das wahrscheinlich schlecht ist. Ja, jetzt macht er die Hochhabe. Ja, F4, D5, E5, Springer E4 geht, glaube ich, nicht. Ja. Das müsste besser sein für weiß jetzt. Ja, wenn er jetzt E5 durchgesetzt bekommt, dann könnte er auch mal einen Angriff in der Luft legen. Oder vielleicht bringt er den Läufer wieder zurück nach H4. Warum hat er denn eigentlich nach G3 gestellt? Weiß ich gar nicht genau. Na, der steht da nicht so gut, das stimmt. B4, Springer A4 und schon ist der Bauer weg oder was? Nein, ist er nicht. Oder das F2 ist schlau. Schön gesehen. Schön gesehen. Nee, Springer C5 geht noch. Springer C5 willst du den noch aus dem Ärmel ziehen? Aber es fühlt sich anrüchig an, das sage ich dir ganz ernst. Total, ja, ja, es fühlt sich mega anrüchig an. Aber bevor ich den ganzen Bauern... Ich bin A4 dann vielleicht. Dame C6 geht vielleicht noch dann. Ja. Ja, aber B4 fühlt sich sowieso nicht richtig an, weil mit der Dame willst du nicht auf B4 nehmen. Was willst du mit der Dame auf B4? Man möchte eigentlich mit dem Bauern auf B4 dann nehmen und müsste das erst noch irgendwie vorbereiten. Na gut, okay. Okay, Dame C6 einziger, da gibt es nichts nachzudenken jetzt. Gut, Dame C7 geht auch. Aber dann ist doch einfach der B4... Ach nee, stimmt. Der A4 hängt. Sorry. Der A6 ist auch ein bisschen anfällig. Ja, jetzt müsste man abtauschen. Ja, aber der A6... Oder auch direkt C4. Ach nee, der A6 hängt ja gar nicht wegen E4, ne? Ja. Ja, C4 droht. Ja, E5, okay. Springer D5. Dame E4. Dame C4. Hm. C4 kann man sich wohl erlauben, oder? Ja, C4 geht, aber das ist kompliziert. Außerdem hat der kaum noch Zeit. Springer D5, okay. Ah, jetzt kommt er bei Dame E4, ne? Dame E4. Dame E4, Springer D6. Zum Beispiel. Oder G6. Alles easy. Ja, und immer noch C4. Ah, das sind jetzt ganz schön viele Drogen auf einmal, denen sich hier Haskeller ausgesetzt sieht. Das ist lästig. Okay, aber hier dürfen wir nicht irgendwie zu Titelträgermäßig rüberkommen, weil das ist schwierig in Zeitnoten. Ich glaube, es kippt. Ich glaube, es kippt zugunsten von Spanien. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja, G6 einfach. Oder Springer F6, wie du sagtest. Ja, aber das ist ja nur Zugwiederholung. Gut, aber G6 ist natürlich eine extreme Schwächung auch, ne? Naja, aber du kannst ja nicht ausnutzen jetzt. Und dann drohe ich so Sachen wie Springer C3. Die Dame begibt sich auf Abwege, aber vielleicht klappt es. Ja, Dame steht da 6. Tor mal 8. Die Dame ist weg, oder? Ei, ei, ei. Die Dame ist weg. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kann man F6 und E7 nehmen vielleicht. Heiße Kirsche. Heiße Kirsche hier. Jetzt F6 nehmen. Aber gut, das ist die Dame gegen... Zwei Leitfiguren nur. Ja, Tom. Ja, ja, ja. Wenn er den B5 nimmt, du hast recht. Du hast recht. Läufer F6 und B2 hin. Ja, Schwarz steht auf Gewinn. Schwarz müsste auf... Der Läufer auf D5 ist bombig. Läufer schlägt B3. Game over. Oh, stark! Farseus. Bombe. Hammerpartie, ey. Ja, Mist, 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 Mist. Das war in Zeitnot jetzt. Ja, Dame C4, Dame steht A6. War sehr riskant, sehr mutig gespielt. Aber es hat nicht funktioniert und Faserus hat es widerlegt. Ich habe das alles sehr gut gesehen, muss ich sagen. Also eine richtig starke Partie. Ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Der Gegner gibt nicht auf. Nee, aber gut. Ja, was... Faserus spielt weiterhin schnell und spielt auch sehr sicher. Tommel 2, guter Zug, weiter Figuren. Tauschen, tauschen. Tommel 3, ja. Man muss es irgendwie probieren. Mit C2 stark. Läufer D4. Ah. Zumindest mit dem A-Bauer ein bisschen nach vorne. Der Läufer steht natürlich sehr stabil auf C4. Der macht einen guten Eindruck. Tommel, warum lässt er den Bauern so weit? Na gut, ich stehe jetzt eh nicht mehr zu verhindern. Aber weiter kommt er nicht. Und jetzt ist die Frage, was Weiß macht, ne? Er muss irgendwas ziehen. Zieh, Junge! Zieh, nein! Oh, G2 hängen, komm. G2, sauber. Matt, 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 Matt. Yes! Schade Schokolade. Ja, spannende Partie. Spannende Partie, ihr beiden. Heskeller, Faserus. Starke Partie, muss ich sagen. Ja, der kritische Moment war wohl Dame C4. Oder als das losging. Ausgleich. Ja, gut. Ja, die Stellung ist sowieso verloren. Also. Ja? Ja, es ist minus 3 nach Dame E4 G6. Es ist einfach. So schlicht die Stellung? Ja, E5 war der Fehler. Ja, Springer D2. Ja, aber gut, das sagt der, das liegt die Engine. Ich finde, wenn man so drauf guckt, sieht man das nicht so schnell und vor allem in der Zeit. Ja. Das war eine recht, sehr, sehr starke Partie. Richtig, richtig gut. Okay. So, dann haben wir die Hinrunde durch und es ist ausgeglichen. Eieiei, das ist ein scharfes Ding heute. Ich hole mir nochmal was zu trinken. Aber die beiden können sich ja schon mal herausfordern. Niemand. 5, 5, 5. 5. Und Denfis. Ah, das ist jetzt hier wieder 1.000 bis 1.200. Wartet mal einen Moment, noch nicht spielen. Niemand und Denfis. Dennis. Kanalwette läuft. Nochmal, für die, die für mich spielen, spielt nicht zu schnell. Nutzt eure Zeit. Atmet mal zwischendurch tief ein, tief aus. Ja. Bloß nicht zu schnell spielen. Guckt nach jedem Zug des Gegners. Droht da was? Achso, Moment mal. Achso, nee. Stimmt. Nee, wir haben alle Partien richtig. Korrekt, korrekt, korrekt. Okay, ja, die beiden haben sich gefordert. Kann losgehen, bitte in Stream. Muten, stumm schalten und dann abgeht die Post. Ab geht die Post. Ich schenke mir nochmal ein bisschen Kokoswasser nach. Und auf geht's. So, E4, E5. Russisch wird das hier Stafford? Nein, klassischer Russe auf dem Brett. Springer schlägt E4. Jetzt gibt es D4 oder Springer C3. Das sind die beiden Hauptzüge. D4, okay. D5 wird jetzt in der Regel gespielt. Springer 6 kann man machen, muss man aber nicht. Also, man muss den Springer noch nicht freiwillig zurückziehen. Ich gehe mal kurz auf Toilette, ne? Ja, bitte. Viel Erfolg. Danke. Läufe gehen. So, was geht ab? Arne Huschenbeet schickt einen Raid von 322 Leuten. Huiuiui. Arne, vielen lieben Dank, mein Lieber. Mein Bruder hat einen Raid geschickt. Hallo, everybody from the Magic Community. Ich glaube, Arne hat auf Englisch gestreamt. Hallo, everybody. Welcome. We are playing chess. Wir spielen Schach. Ich übersetze das mal. Und zwar hier auf Deutsch. Wir sind auf Deutsch. We are, sorry, but this stream is in German. So, I apologize if you don't speak German. Yeah, we're doing, we're playing a little chess match here. We're watching some chess. It's very exciting. Also, Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Also, wer auch gerne Schach spielt, Magic und Schach, haben wir auch viele Gemeinsamkeiten. Der kann gerne hier verweilen. Machen wir uns einen schönen Abend. Aber grüß ich Ihnen raus an Arne. Neulich habe ich ihn ja geradet. Das war jetzt seine Revanche, sage ich mal. Jetzt hat er zurückgeradet und erst mal 300 Leute rübergeschickt. Heieiei. Heieiei, sage ich dazu nur. Aber, ja, giving back the favor, sagt er. Ja, alles klar. Danke dir. Danke dir, Arne. Freut mich. Leponyx fragt, was sind die Gemeinsamkeiten? Ja, bei beiden Spielen muss man berechnen, strategisch spielen, nachdenken. Es sind beide strategische Spiele auf jeden Fall. Proof Posag, legendär, Chess und Magic, beste Games. Ja, Magic gefällt mir auch sehr gut. Wie viel Elo hat dein Bruder denn? Ne, im Schach. Arne hat sich auf das Magic konzentriert und nicht so viel Schach gespielt. Danke dir, Arne. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Kannst du Magic spielen, Niklas? Ich kann Magic spielen. Ja, ich habe es meinem Bruder beigebracht. Damals, vor vielen Jahren. Wir haben das schon damals im Schachclub immer gezockt. Das war ganz normal. Benni, der jetzt hier auch zuschaut, der weiß, wovon ich spreche. Alle hatten ihre Magic-Karten. Dann wurde immer Schach gezockt und Magic gezockt. Und es war eine schöne Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich habe beim Würstchen drücken zugehört. La Gran Gig. Ne, das war kein Würstchen drücken, aber ich habe die ganze Zeit zugehört. Klar. Bluetooth-Kopfhörer von Spielseries. Ah, die Bluetooth-Kopfhörer. Ja, ja, die sind mega, die Teile. Ich habe die letztes Jahr bekommen. Und SteelSeries, ich habe die nie benutzt. Und plötzlich stelle ich fest, da sind extrem geile Kopfhörer. Völlig bescheuert. Ich habe die nie getragen. Ja, so ein bisschen wie deine VR-Brille, ne? Genau. Vielleicht wirst du es dann auch realisieren. Das ist ein gutes Ding. Pass auf, wenn ich die morgen anziehe, das erste Mal, dann will ich die gar nicht mehr loswerden. Oh, was ist das? Oh, das ist gefährlich. Hier wird es scharf. Nein, nein, nein. Hier ist was weg. Nein, 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 nein. Ja, aber ich sage dir schon, was passiert. Er wird nicht nehmen, meins auf F3. Oder er verliert die Dabe auf der E-Linie. Wer weiß. Stimmt. Das kann auch sein. Oh Mann. Okay, er nimmt uns auf. Aber jetzt bitte den Springer. Nein, auf E4 nehmen wir. Aber die Haar-Linie. Ja, das sieht nicht schön aus. Ich hätte länger auf Toilette bleiben sollen. Ich weiß nicht. Ja. Lange auch hat auch ein schöner Zug, aber Dame H4. Ach, Dame H4 hat weiß noch Tom H1. Tom H1, ja. Aber den D4 jetzt nicht einstellen. Das wäre wichtig. C3 stark. Okay. Ganz stark. Ganz stark. F5, Dame H4. Schwarz steht sehr, sehr gut, weil einfach der weiße König so schwach ist hier. Und F5 ist ein guter Zug, deckt den Bauern. Ja. Ja. Sebi 717 sagt, schön, dass man auch alles von TBG dabei hört, dass das Mikro auch an war, während du auf Toilette warst. Ja, das gehört dazu. Ja, aber das Mikro nicht von meinen Kopfhörern an. Das Mikro ist ja hier. Ja, das stimmt. Kann ja nicht sein. Man hat doch trotzdem alles gehört. Nee, bestimmt nicht. So ein bisschen was, okay. Okay. Ja gut, Tome E1, Dame H4. Also die Dame kommt rein. Dann muss weiß sowieso Tom H1 spielen. Und der Handtuch sollte hier sehr stark werden, wenn Schwarz es richtig macht. Das Problem ist, es gibt auch kaum Fehlerpotenzial hier auf schwarzer Seite. Ja, gut. Jetzt hier, Turm A1 ist der einzige Zug. Ansonsten kann man direkt aufgeben. Ja, sonst wird hier durchgebrochen. Es wird durchgebrochen. Turm A1, der einzige. Bitte nicht Turm E3. Turm A1. Ja, Turm E3 sieht verlockend aus, aber dann F4 und der Turm kann nicht mehr den Bauern gedeckt halten. Ja, Turm A1, jetzt ist wieder Hoffnung. Jetzt ist wieder Hoffnung. Sagst du mit resignierter Stimme. Ja, aber der König ist zu offen. Das ist normalerweise ein Riesenproblem hier in so einer Stellung. Ja, aber es ist die Frage, wie es weitergeht. Also F4, G4 sollte man nicht machen. Dann kann weiß direkt die Damen tauschen. Ja. Man würde eigentlich gerne irgendwie F4, F3 machen. Ja. Man hätte auch den anderen Turm nehmen können. Der Turm stand eigentlich richtig auf H8. Aber er droht jetzt F4, ne? Wahrscheinlich. Ja, das hilft Schwarz enorm, um die Gehlinie zu öffnen. Dann können auch die Türme schwenken. Das hilft Schwarz sehr, sehr. Das war nicht nötig. Ui, F3. Ja, 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 ja. Jetzt ist ja hier. Halleluja. Schlag ist Liebe, Schatz, Hoffnung. Also hier ist eher Hoffnung für mich. E3, ne? Ja, der läuft ja fast durch, der Bauer. Ja, oder der Turmschwenk wäre enorm stark. Turmschwenk meint ja sowas hier, Leute. Ja, das ist komplett lost hier für Weiß. Weil der König einfach extrem schlecht steht. Und der Bauer ist stark. Der E-Bauer von Schwarz. Ich meine, Weiß hat jetzt keinen Riesenfehler gemacht oder so. Oh, es droht matt. Danke, Konstantini. Ach du Scheiß, es ist ja matt. Es ist ja matt. Es ist ja matt. Habe ich auch komplett übersehen. Fokussiert auf E2. Und Turm E6, Turm G6. Wir labern beide einen vor uns her, ne? Und das ist ja... Es ist ja matt. Er sieht es. Er will anders matt setzen. Okay. Also hier war das matt Dame F2. Dame E1. Kann man noch spielen und dann kann man noch hoffen. Dame E1 zu 2 bleibt im Spiel, ja. Aber jetzt muss er natürlich sehr vorsichtig sein. Was? Wie vorsichtig? Ja gut. Ein Fehldrittel, das war's. Also es war's ja sowieso schon. Er kommt irgendwie nochmal. Er sieht's. Er sieht's sehr gut. Weil es droht auch Dame G3. Jetzt war das natürlich relativ offensichtlich, dass plötzlich die Dame reinkommt. Ja, jetzt ist Weiss lebt. Das wäre natürlich geiles Comeback jetzt hier so. Nein, das wird überhaupt kein... Wir haben kein einziges Comeback gehabt heute. Wirklich. Es lief nichts für uns heute. Ja. Ja, und dafür... Und dafür... Was und dafür? Jawohl. Das ist immer ein Ausfliegelchen. Okay. Immerhin. Ich meine, das Händspiel ist auch kacke für Weiss. Aber immerhin ist kein Matt mehr. Immerhin ist das kein Matt mehr. Und ja, die Partie läuft. Okay, H4 jetzt. H4 wäre... Kenji 92, danke dir. Ein Kopf-an-Kopf-Renn. Spannend. Ja. B4. B4. Hilft jetzt auch nicht so sehr. Nee. Aber was will man machen, ne? H4 muss man machen. Das Ganze ein bisschen aufzurollen, damit der F4 schwach wird. Und dann volle Kanne auf den F4. Das stimmt, H4. Könnte eine gute Idee sein. Hallo? Könnte? So, ich habe hier gerade eine sehr nette Nachricht bekommen von Dera74. Sie sagt, ich habe vor drei Wochen als Anfänger deinen ersten Chessence-Kurs gebucht. Und als ich durch war, mich sogar vom zweiten überzeugen lassen. Immerhin konnte ich mich bei Leechess von ca. 1000 auf knapp 1400 steigern. Vielen Dank für das tolle Angebot. Vielen Dank Dera für das Feedback von 1400. Und das sind 400 Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, der Springer auf B2. Ach, der kommt über D3 zurück. Ja, sicher. Oh! Hol dir den Bauern ab, mein Freund. König F2. Es geht noch andersrum hier. Ich sehe es schon kommen. Ja, aber Turmierer kann es nicht sehen. Lass den nicht entwischen, den D-Fiest. Nein. Jetzt macht der H4 auch nicht so schlecht. Auch nicht so schlecht. Ja, 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 ja. Ja, weiß hat weniger Zeit. Das ist natürlich fast schon der entscheidende Faktor hier. Aber nur fast. Naja. Turm D5 war interessant. König F2, stark. Sehr schnell gespielt. Sehr gut. Prima. Sehr gut zugehört. Prima. Ja, ja, zugehört von wegen. Auf Turm E3, Turm C1 erstmal, ne? Wenn du schon zuhörst. Turm C1 ist doch... Also wenn du jetzt Turm C1 machst, dann... Turm C1 bitte decken. Ja, macht der nicht. Ja, das ist scheiße. Das ist kack. H5 kann er probieren, den Bauern durchlaufen lassen. Kann er probieren, ja. Aber Springer D4 natürlich zugelassen. Das ist nicht unnötig. Jetzt hängt alles bei Weiß. Na komm. Also, ich sage mal so. Die Partie hätte auch schon lange vorbei sein können. Stimmt, es war Matze schon durch. Ja, das ist alles Bonus hier. Du kannst nichts sagen. Das ist alles Bonus. Was heißt Bonus? Völlig verdienter Bonus. Ja, er stellt jetzt zu viel ein. Läuft er weiter jetzt? Läuft er weiter? Er stellt zu viel... Ja, das Schach bringt gar nichts. Das Schach bringt gar nichts. Naja, der Bauer ist seine Hoffnung. Jetzt H6? Jetzt H6? Ich glaube nicht, dass er H6 machen möchte. Das war nicht seine Idee. Ja, aber wenn er zuhört, macht er H6. Er hört nicht zu. So ein Quatsch. Springer war ja schon weg. Sprit Turm C2. Ja, T4, F3. Komm, König, du musst C2, K2, zieh. Auf was wartest du? Er hat keine Felder. Er wartet auf deinen Vorschlag. Ganz scheiße. Ja, der andere hat Tom C1 gespielt. Er hat Tom C1 gespielt und schon längst gewonnen gehabt. Längst gewonnen, okay. Tommy 5, sehr stark. Ja, komm, H6, letzte Chance. Jetzt muss doch Matt sein. Wo ist das Matt? Wo ist das Matt? Wo ist das Matt? Völlig egal, da ist kein Matt. Komm. Du hast nur ein Zug. König G1. Da gibt es nichts nachzudenken. Er sucht nach dem Feld, wo er hingehen kann. Komm, setz ihn Matt. Er hat Angst vor... Ja, ne? H7 und jetzt? H7, lass den Ball. H7 droht auch nichts. Nicht Schach geben. Okay, jetzt tauscht er und spielt Turm H3. Und wenn er was jetzt macht, dann ist er natürlich eiskalt. Okay, so geht es auch. Schade. Stimmt, Turm H3, ne? Komm, nimm jetzt bitte die Dame. Danke, danke, danke. Huuu. Huuu. Okay, das wird er schaffen, denke ich. Ja. Das war spannender, als ich dachte nach der Eröffnung. Okay, das dürfte wieder die Führung sein. Ja, insgesamt kann man nicht viel sagen. Also es ist mit Normalheit, ne? Ja, jetzt geht das in Ordnung. Ja, vor allen Dingen spielen die relativ gut halt so für ihre Zahlen, muss man sagen. Also wenig grobe Fehler. Ja. Das geht schon klar hier. Das geht klar, ne? Den Turm, den nimmt man sich... Hat er den Turm eingestellt auch noch. Okay. Okay. Ja. Alles klar, niemand. Schöne Partie. Hättest du es dir ein bisschen leichter machen können. Und auch die Damen auf dem Brett halten, wenn der König so schwach ist. Dann hält man die Damen am besten auf dem Brett. Denn die braucht man noch, um abzusetzen. Aber im Großen und Ganzen, gute Partie. Oh, Kauly. Danke dir. Okay, Don Ramon. Don Ramon. 97. Ramon heißt der Mann. Ramon. Ramon. Das ist doch Spanisch. Don Ramon. Was weißt du denn, aus welchem Land hier beide Subs kommen? Don ist immer so eine Art Viseur im Englischen, im Spanischen. Alles klar. Danke. Aha. Don Ramon ist auch im Chess und Jazz Berlin Team. Da war ich am Samstag zu Gast. Und da hatten wir eine gute Zeit. Kennst du Chess und Jazz? Nee, ne? Ja, das ist eine Aktion hier. Einmal im Monat in einem Café im Transit in Berlin-Kreuzberg. Und da wird schön kombiniert Schach und Jazz. Sehr schöne Idee. Grüße gehen aus an Clemens, der auch zugeschaut hat vorhin. Vielleicht ist er auch noch da. Und da war ich zu Gast im Livestream am Samstag und habe ein Turnier. Kommentiert. So. Ihr dürft dann gerne eure Partie starten. Stumm schalten. Karoli, du weißt, was zu tun ist. Bumms und Eddie weg. Na, was tippst du denn da, Fein? Ja, ich schreibe ein bisschen mit ein paar Leuten. Passiert ja gerade nichts hier. Okay, E4, es geht los. Karoli, haut rein. So, Karoli spielt wie immer Sizilianisch. Macht er gerne. Mit Springer C6. Mal gucken, ob Don Ramon hier vorbereitet ist. Ja, Don Ramon ist perfekt. Ja, da kann man schön mit E6 D5 direkt den Läufern Tritt geben. Oder vielleicht zuerst A6 sogar und dann D5 geht auch. So, jetzt ist Zebrum am Start, oder was? Zebrum, sorry, mein Lieber. Wer? Zebrum, der vorhin nicht konnte, ist jetzt am Start. Ja, sorry. Wir haben einen anderen Spieler eingewechselt, mein Lieber. Hoffentlich dann das nächste Mal. So, jetzt schön mit D5 hier. Schön im Zentrum. Nein! Warum denn so passiv? D5? Ey, das gibt's doch nicht. Das liegt doch auf der Hand. Klotzo ist natürlich den ganzen Abend dabei. Danke dir, Clemens. Freut mich. Es liegt auf der Hand. Ja, mit Tempo sogar. Ich meine, da steht der Läufer, den kann ich mit Tempo attackieren. Schön Bauern im Zentrum stellen. Und er macht D6. Was soll denn D6? Ja, bereite die Entwicklung des Läufers vor nach D7. Ratsch nicht rum, ey. Ja. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. So weit, so gut. D5 ist natürlich immer noch gut. D5 geht immer. Ja. Kann man mal machen. Sonst A6, B5 von den Läufern nach B7 entwickeln. Das wäre auch vernünftig. Ja, ja. Der Läufer muss ja irgendwann mal ins Spiel kommen. Ein bisschen passiv auf D7, der Läufer. Das ist ein bisschen ängstlich, genau. Das ist ein bisschen ängstlich, wie er jetzt spielt hier. Verstehe ich nicht. Das hast du ihm anders beigebracht, oder? Nee, der spielt auch gerne sehr aggressiv normalerweise. Von sich aus. Ich muss ihm nichts beibringen. Okay. B4, ja holler, Don Ramon. Was ist das denn? Nimm den Scheiß weg, ey. Don Ramon? Was ist das denn? Der brischt nach vorne. Ja, wieder danach B7 nehmen am Ende wahrscheinlich. Springer B4 tun B1 oder sowas. Aber das ist natürlich schon spekulatisch, was er macht hier. Hier wäre es besser, mit D4 zu spielen. Ich weiß nicht, warum ihr uns die ganze Zeit auf die 19.00 von Butch aufmerksam macht. Das ist eine Weltsensation. So was passiert. Nicht wirklich. Aber hat mir schon mal jemand erzählt heute. Und Niklas hat es auch jemand erzählt heute. Im Stream. Ja, also. Ja. Schön. Danke für die Info. So, danke dir an Arjen für die 3 Euro. Danke dir, mein Lieber. Und hier meint jemand, Don Ramon hat 6 Punkte zu viel. Ja. Das stimmt. Der passt nicht ganz in die Rating Bracket. Aber also, kommt Freunde. Da lass uns mal jetzt hier auch ein Auge zudrücken, oder? Ja, ich drücke schon den ganzen Namen Auge mit dir zu. Mein lieber Scholli. Alles klar. Ja, du bist wieder sehr gütig. Danke, Kauli. Ach nee, Kauli hat mir schon gehabt. Danke für die 100 Bits. So, Dame B3 greift den Läufer an. D5 ist extrem stark hier. D5 deckt den Springer und greift den Läufer an. Das ist sehr, sehr stark. Stimmt sogar. D5 gewinnt den Läufer. Was ist das denn? Uiuiui. Es gibt noch Läufer F6. Vielleicht. Ja, aber das schlägt... Achso, D schlägt D4, Läuft schlägt D7, ne? Ja. A5 ist auch nicht schlecht. Ja, wahrscheinlich wird Weiß jetzt A3 machen, aber... Nach Läufer schlägt D6 hängt am Ende noch der Turm in der Ecke. Ja, D5 hängt nach wie vor in der Luft. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er das überhaupt hat, sieht als Motiv. Das ist auch schwierig, das ist nicht einfach durchzurechnen, aber D5 muss man eigentlich so als Motiv schon mal sehen. Wenn er schon vorhin nicht D5 gespielt hat, dann auch jetzt nicht. Jetzt, ja, weiß ich nicht. Was schlägt jetzt? Hä? Ja, aber jetzt hängt doch der Springer, was bringt denn das jetzt? Ja, aber das ist trotzdem gut. Dann schlägt er auf C4 und schlägt auf B4 und hat zwei Freibauern im Damenflügel. Okay, er kann erst mal auf D5 nehmen mit dem Bauern. Das kann er. Und dann muss ich mit dem Springer zurücknehmen oder mit dem Bauern? Warum nicht mit dem Bauern? Ja, es ist kompliziert. Deswegen. Schach ist kompliziert, Georgios. Schach ist kompliziert, das gehört dazu. Ja, da hast du keine Antwort, ne? Ja, ich lese gerade, was die Leute sagen. Das geht hier aber auch bald als Dauerwerbesendung durch. Ja, bei Niklas immer, kann ich nichts machen, Leute, tut mir leid. Dauerwerbesendung für was? Die schlägt C4. Ja, hat Schwarz was mehr? Nee, das ist doch ein Bauern, ne? Ja, Schwarz steht doch super, Läuferpaar, hier entfernte Freibauern. Moment, erst mal muss er die Drohung gegen die Dame und dann hängt erst mal der Bauern, ne? Ja, stimmt. Läufer B4 jetzt erst mal, ne? Vor allen Dingen sehr gut die Zeitaufteilung. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Wirklich gut. Er denkt jetzt, der 6, 7, 8, Sekunden nach, 10, ist egal. Das ist nicht richtig hier. Er nimmt einen Bauern, ich weiß nicht, hätte er mit dem Läufer genommen. Wäre es schlimmer gewesen, um die Bauern verbunden zu lassen, dann können sie sich gegenseitig unterstützen. Er hatte wahrscheinlich Angst wegen der Fesselung, der Springer aus F6, kann ich verstehen. Ist okay, das ist eine Nuance, komm. Schwamm drüber? Na, jetzt kann weiß auf F6 schlagen und wenn schwarz mit dem Läufer steckt, verliert er auf B4. Ne, der Turm hängt erst mal, der muss auf A8 nehmen erst mal. Ja, ja, das stimmt, genau. Du bist nicht ganz bei der Sache Großmeister heute. Ich bin sehr bei der Sache, aber manchmal spreche ich nicht so schnell, wie ich denke. Springer B6. B6, extra ordinär. Ja, mega ordinär. Dame kann einfach nach D8 zurück. Springer schlägt D7 und dann läuft schlägt F6. Und sieht ziemlich ausgiebig aus. Weil G schlägt F6, ja, kann man machen. What? Läufer E6, jetzt komm, Läufer E6. Läufer E6, Springer C4. Oder Dame B6. Aber Springer E5 hat er sehr schnell gespielt. Ich weiß nicht, ob er gesehen hat, dass ein Springer hängt. Das ist nicht gut. Das Problem ist, ja gut, Kauli denkt nach, ob er B6 nehmen kann, aber Läufer E6 ist stark. H-Springer C4, B5 willst du rausballern, ne? Ja klar, das gewinnt hier. Das gewinnt eine Puppe. Ja. Springer E6, 4, Dame schlägt B6, Holler. Na, wenn er das macht, dann ist es stark. Kauli hört auch nicht zu, das weiß ich. Woher weißt du das? Bist du beim Zuhause, oder wie? Das ist mein Mod. Hallo, der ist mal super fair. Mal gucken, ob er jetzt B5 sieht, weil das ist eine Figur weg, vermutlich. Der Springer ist gefesselt. Na, ich dachte kurz an Springer C6, aber das bringt nichts. Ja, letztendlich ändert das nichts. Starke Partie bisher von Kauli, muss ich sagen, top, absolute Top-Partie bisher. Vor allen Dingen auch immer in Relation zu dem, was er sonst zeigt. Dann doch mal ausgeteilt. Harmon Huschenbeet hier, was ist das denn für ein geiler Name? Harmon Huschenbeet, danke für den Prime. Oder Huschenbeet-Harmon. Ja, Huschenbeet. Huschenbeet-Harmon. Ich glaube, so macht Sinn. Und nicht zu schnell, das ist wichtig, Leute. Das hatte ich ihm halt gesagt, mitgegeben vom letzten Mal. Weil er tendierte zum schnellen Spiel. Und hier spielt er heute wirklich schön, vernünftig, so vom Zeitverbrauch. Ja, jetzt die Dame nach C7 oder sowas, ne? Dame D4 noch stark. Das ist auch gerade schon eingezeichnet. Attackiert ganz viele Punkte. Lauf G3, okay. Guter Zug, verteidigt alles. Ja, verteidigt das. Turm. Ja, aber es ist eine super... Turm D8 geht nicht. Vorsicht, Springer C6. Ja, das ist so eine Möglichkeit, die Weiß noch hat. Turm C8 sieht sehr gut aus. Geht nochmal auf C4 drauf, verteidigt gegen Springer C6. Man muss ein bisschen auf Springer C6 aufpassen hier. Ein bisschen. Das ist jetzt keine Todesdrohung, aber... Fast. Vorsicht, nicht, dass das wackelig ist hier. Turm D1. Turm D1. Macht er, okay. Ich weiß nicht, warum auch... Okay, Dame B6 jetzt. Ja, das geht schon noch alles. Ja, aber er muss jetzt genau spielen. Damit C5 ist schon sowas wie... Geht auch, oder? Geht auch wahrscheinlich, ne? Oder willst du dann Springer D7 entkorken? Ja, Springer D7 ist schon so... So ein Entkorkungszug. Okay, das ist jetzt unnötig. Ich hoffe... Nein, Springer E4 nicht. Keine unnötigen, ganz einfach spielen. Figur mehr, einfach spielen. Dann gewinnt hier Weiß zumindest die Qualität noch. Wobei selbst dann schwarz auf Gewinn steht. Na, Springer D7 ist sehr schwierig. Wenn er den jetzt auspackt, dann kriege ich zu viel. Dann hört er definitiv nicht zu. Klar. Springer D7 auf dem Niveau? Niemals. Springer D3 könnte er machen. Springer D3 ist normal. Naja, denke jetzt lange nach. Überlegt. Die verschiedenen Optionen geht er durch. Ja. Ja. Wie steht's denn? Wir führen... Wir führen eins. Ständig haben die Schwarzspieler gewonnen. Die letzten... H3? Nimm den Springer weg. Was ist das denn? H3 kommt der Aufgabe gleich. Nimm den Springer weg. Ja sicher. Was war denn H3 für ein Zug? Das war ein Fehler, würde ich sagen. Ja, nimm das Ding weg. Okay, hier muss man keine fünf Sekunden überlegen. Da hängt ein Laufen. Okay, zwei Figuren mehr. Das sollte ja wohl reichen. Hier, komm Kauli. Naja, Springer D7 war nicht für das Niveau. Das hätte mich sehr gewundert. Roland 1909. Danke dir. Turm C8 ist gut. Hier geht alles. B3, Dame C3. Er lässt sich für meinen Geschmack etwas zu viel Zeit jetzt. In einer Stellung, wo er zwei Figuren mehr hat. Zwei. Er ist nervös, würde ich sagen. Er ist nervös. Er wird nervös. Ja, leider ist es zu schwierig hier, weil es hat einfach nicht genügend Figuren. Ja, aber der B-Bauer sollte nicht so ein weiteres hergegeben werden, weil das ist eigentlich ein Garant für einen einfachen Sieg. Don Ramon, komm schon. Mach B3, komm, B3. Ach, Dame C6 ist doch easy jetzt. Stimmt. Er lässt sich aber auch Zeit, ey. Was ist los? Zieh. Er ist nervös. Alter, zieh doch mal. Was macht er denn, ey? Das ist ja eine super einfache Stellung. Der Gegner droht 0, nix. 0, nix. Er ist nervös. Das Glück ist Don Ramon aber auch nervös. Don Ramon ist einfach, weiß einfach nicht, was er machen soll mit zwei Figuren weniger. Jetzt nimm den B3, komm. Ja, jetzt ist wieder alles drin. Jetzt ist wieder alles drin. Ja, komm schon. Komm schon. Will er mich verarschen? Will er mich verarschen? Er hat zwei Figuren mehr. Er deckt ewig nah. Don Ramon, zieh. Zieh. Zieh irgendwas, Mann. Oh Gott. Oh Mann. Ja. Das war souverän von vorne bis hinten. Don Ramon. Gut gekämpft. Gut gekämpft. Hast du Kauli nicht gesagt, dass er nicht auf Zeit verlieren soll? Oder? Oh Gott. An Lächerlichkeit kaum noch zu überbieten, ne? Ist ja unfassbar. Ah. Ja. Gut. Ja, das war natürlich jetzt komplett unverdient. Kauli hat so eine gute Partie gespielt, aber ich weiß nicht, am Ende hat er einfach keine Züge mehr gemacht oder so langsam gespielt. Das war jetzt das größte Geschenk eigentlich des heutigen Abends, denn Schwarz hat einfach zwei Figuren mehr und wenn Schwarz irgendwelche Züge macht, also solange er nichts einstellt, dann sollte er gewinnen. Ja gut, da äh, äh, das gibt's überhaupt nicht, also was war denn das jetzt bitte, die letzten zehn Züge? Weiß droht die ganze Zeit nix, 0, nix. Schwarz hat 30 Sekunden und lässt sie einfach ablaufen. Ja, als er die Figur gewonnen hat, hat er noch 50, 50 Sekunden. 50? 50 Sekunden, ja. Also die zweite Figur gewonnen hat man nicht. Immer noch 50 Sekunden? Ja. Ah, das, das, das ist das, dann geht das, geht. Okay, nächste Partie. Ich hab's dir gesagt, ich hab's dir gesagt, er war nervös. Ja, lach du dir mal einst zurecht, ey. Ich hab's dir gesagt, er war nervös. Er war, er war nervös. Okay, gut. Ja, du sagst das ja immer, von daher. Okay, Bärs hat, du sagst das immer, dass du, dass du nervös bist. Jetzt hab ich einen abgeiert, das gibt's doch gar nicht. Ja, was soll ich sagen, er war einfach nervös. Speechless, Speechless. Irgendwas, man kann irgendwas ziehen, irgendwas. König H8, König G8. Man kann auch, eine simple Taktik ist, wenn man am Ende nicht mehr weiß, was man ziehen, man soll einfach irgendwas machen. König, so Züge wie König H8, König H7, König G8, um erstmal 10 Sekunden dazu zu gewinnen. Ich versteh's nicht, also. Ja. Gut, also, auf geht's, nächste Partie. Kellogg gegen Berte 96. Niklas Lachenbett. Ja, Sivin, ich weiß, aber der kann das ab, der Kauli, den kann ich schön den Kopf waschen. Er wird sich selber natürlich jetzt auch ärgern, er weiß es ja selber. Wir erzählen ihm ja jetzt hier nichts Neues, dass er mit zwei Figuren mehr, wenn er da auf Zeit verliert, mit drei Sekunden Aufschlag, das wird ihn natürlich auch selber beworben, ist klar. Nee, das wird kein neuer Sound-Command. So, das hätte ich auch keinem anderen gesagt. Und ich weiß, dass er das abkann, wenn ich sowas sage. Für alle anderen war ich ja keine Sorge, ich halte mich zurück. Alles klar. Lachen wir sehen. Okay. E3. Nachher D3. C5. Ja. Normale Öffnung, das sieht gut aus. Gut, ob man C5 spielt oder C6. Ja, ich denke, man kann beides machen. Ich denke, man kann beides machen. Ja, ich versuche in irgendwelche... Nächstes Jahr. So, springe jetzt zu C6. Hast du eigentlich zwei Faktor-Authentifizierung? Äh, bei was? Ja, bei allen möglichen Accounts natürlich. Ja. Das ist doch mittlerweile Pflicht, mehr oder weniger, oder? Nee. Wie kommst du jetzt darauf? Nein, weil es gibt immer Spaßvögel, die wollen die ganzen Accounts knacken. Twitch, Leaches und so weiter. Ist ja schon mal passiert. Nee. Und dann bekommt man dann, ja, bekommt man dann so eine Mail halt, ne? Leute, ich habe eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ihr könnt es sein lassen. Echt, ja? Probieren Leute, welchen Account von dir? Twitch? Twitch, Leaches, alles schon passiert. Leaches? Könnt ihr komplett vergessen. Leaches hat das auch? Ja, klar. Könnt also komplett knicken. Ihr kriegt meine Accounts nicht geknackt. Voll Idioten. Okay. War das jetzt gerade, oder was? Ja, jetzt gerade, oder auch auf Leaches war auch vor ein paar Tagen mal wieder. Das war schon das zweite Mal auf Leaches. Dann kriegst du halt so eine Meldung, ne? Und dann weißt du halt, dass du, dass jemand das angefordert hat, oder was? Mhm. Okay. Vor allen Dingen um sieben Uhr morgens, wo ich noch nie auf war. Letztes zwei Jahre. Ist klar. Ja, okay. Da gibt es ja irgendwelche Schlingel, die dann deine Zahl runterspielen wollen wahrscheinlich. Bei Agatmato hat das mal jemand geschafft, ne? Echt? Ja, der hatte keine Zwei-Faktor-Authentifizierung und hat das mal jemand geknackt. Bei YouTube, oder was? Leaches, Leaches. Aber der gute Thibaut, der Programmierer, hat ihm das alles wieder hergestellt. Was hat denn der Typ dann gemacht, als... Ich war halt, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das war nur dann halt mit den Social-Media-Kanälen, dass jemand seinen Account geknackt hätte. Aha. Die probieren es halt über die Mail halt, ne? Die öffentlich ist und dann, ne? Die Mail, die öffentlich ist? Ja, es gibt ja häufig eine Geschäftsmail, zum Beispiel. Hast du keine Geschäftsmail? Doch, mit Chessens, klar. Ja, also. Die kann man ja benutzen, zum Beispiel. Um dich anzumelden irgendwo. Die könnte ich ja nehmen und versuchen, mich irgendwo bei dir anzumelden. Und natürlich irgendwie ein Passwort raten. HUSHI234. Ah, fast. Ja. Okay. Ja, ich glaube, bei Leechers muss ich das dann auch mal aktivieren, vielleicht. Mach das mal. Mach das tatsächlich noch nie. Naja, mach das mal. Okay. Danke für den Hinweis. So. Wie sieht die Partie aus bisher? Sehr vernünftig von beiden Spielern auf jeden Fall. Schwarz steht ein bisschen angenehmer wegen dem isolierten Bauern. Oh, Turm C5. Schöner Zug. Schöner Zug. Die Dame steht nämlich da gut auf D5. Wird vertrieben. Dame D7. Ja. D6 hätte mir besser gefallen. Das verstellt jetzt ein wenig den Läufer auf C8. Hier flog gerade eine Wasserflasche. Nee, ich habe hier Glasflaschen. Inzwischen kann ich keine Flaschen mehr fliegen lassen. Ah, abgegradet, ja? Ja, ich war kurz da. Wenn ich eine Plastikflasche hier gehabt hätte, die wäre geflogen, definitiv. Okay, bei den Glasflaschen kannst du dich zurückhalten, ja? Naja, ich bin zwar leidenschaftlich, aber nicht verrückt. Gut, gut zu wissen. Oder nicht total bescheuert, dir mal eben die Wände zu zerstören oder so. Ja, ja, ja. Der Läufer B5, okay. Geht nochmal auf die Dame, aber die Dame, die will dann sowieso weg. Die will nach E7 oder D6. Damit hilft Weiß eigentlich eher schwarz. Ja, man hätte auch F5 nehmen können. Ja. Der Springer ist gut auf F5. Der greift auf den D4 an. Jetzt droht sogar schon Springer schlägt D4 gefolgt von Dame schlägt C5. Insofern, es wäre nicht schlecht gewesen, den vielleicht abzutauschen. Aber so oder so, das ist konstant hier eine Schwäche auf D4, um die sich Weiß kümmern muss. Der Bauer ist eben isoliert. Da gibt es keine anderen Bauern, die den irgendwie unterstützen können. Keine Bauern auf der E- oder C-Linie, die den Bauern decken können. Und deshalb will man solche isolierten Bauern, ja, entweder vermeiden oder dass man irgendwas anderes dafür erhält. Und hier hat Weiß eigentlich nichts dafür als Kompensation. Dame 1, ein schöner Zug. Aber pariert nicht die Drogenspringer, schlägt D4. A6 erstmal kann man machen. Greift den Läufer an. Also hier kann schwarz eben den Bauern schlagen, der aktuell den Turm deckt. Und wenn Weiß dann zurückschlägt, dann ist der Turm ungedeckt und schwarz kann sich bedienen. Achso, bei Kauli flog da gerade eine Wasserflasche. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Ja, alles gut. Die Partie war eigentlich total gut. Die Partie war insgesamt, also ich muss sagen, das war mit die beste Partie, die ich von ihr gesehen habe. Du hast ihn komplett auseinandergenommen. Komplett. Ja. Das war so eine totale Zerstörung eigentlich. Du bist nur aus irgendeinem Grund eingeschlafen am Ende. Und hast einfach nicht mehr gezogen. Aus welchem Grund auch immer. Jetzt hat er es sogar gefunden. Bertel. Was geht ab? Bertel hat die Taktik gespottet. Magnus hat auch eine Wasserflasche geworfen. Mann Klaus gegen Sow. Ja, der war da auch voll und ganz bei der Sache. Turm schlägt es ja auch sehr interessanter Versuch, funktioniert nur leider nicht. Wegen Springer schlägt es drei zwischen Schachien. Ja, zum Beispiel. Ja, vielleicht ist das sogar die einzige klare Fortsetzung. Man könnte auch wieder schlagen und versuchen hier diese zwei Figuren auszunutzen. Aber Bertel, ajajaj. Stark. Bertel findet die Taktiken hier. Und jetzt hat er einfach eine Qualität mehr plus einen Bauern plus schwacher weißer König. Das sieht danach aus, als würden wir hier die Führung noch ausbauen. Du bist immer noch nicht über die letzte Partie hinweg, oder? Nee, doch. Ich muss hier parallel was lesen. Bisschen Business machen? Nee, nicht ein bisschen Business. Kann ich dir gleich schreiben. Okay. Nix Business. Nix Business. Business. So, hier könnte man jetzt Dame G5 spielen und dann den Turm schlagen auf den Läufer schlagen auf D3 und dann Turm C1 spielen und so die Dame gewinnen mit diesem Schach. Wenn das Bertel jetzt auch noch macht, dann ist er wirklich der Taktikgott. Oder er hört zu, eins von beiden. TBG nebenbei am Tindern, sagt Tim. Nein, nein. Nee, TBG ist auf... Oh, Läufer H7 gewann den Turm. Warum denn so schnell? Nee, 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 der Turm ist gedeckt. Aber Turm G1? Oh. Was ist das denn jetzt? Turm G1 gewinnt. Die Dame. What the hell? Das ist jetzt komplett überraschend. Man kann einfach nicht das verteidigen, dass hier G7... Das hier matt ist, das ist ja verrückt. Das ist ja echt ein Lucky Punch jetzt. Na gut, Schwarz steht trotzdem auf Gewinn, wenn er jetzt die Dame abgibt gegen den Läufer und den Turm noch einsammelt. Aber Weiß ist auf jeden Fall. Back in the Game. Hat TBG inzwischen einen Hund, wird hier gefragt? Nein. Stand das zur Debatte? Ja, zwischendurch habe ich das so zum Thema gemacht. Genau. Aber ich kann mich letztendlich nicht durchringen. Okay. Danke, Nachl25 und The Links 06. Danke euch für die Subs. Turm C1 könnte man auch machen. Ja, gut gesehen. Gut gesehen. Lucy? Wann? Jetzt. Turm C1 könnte man auch machen. Ah, und dann Turm D3, ne? Mhm. Korrekt, stimmt. Ja, Berthe nimmt sich Zeit. Bei 1 darf auf jeden Fall nicht passieren, dass er hier das Matz-Titel lässt. Dame F6 hilft nicht, weil dann können wir jetzt einfach schlagen wegen der Festung. Gut, Berthe hat lange nachgedacht und schlägt jetzt auf G1 und dann auf D3. Und die beiden Türme in Kombination mit Bauer mehr plus die Struktur ist schwach für Weiß. Ach so, der Läufer hängt auch. Ja, ja. Ja, genau. Ja, das ist gut für Schwarz. Aber gut, Weiß kann kämpfen. Ja. König G2 jetzt, es hängt der F3 oder Dame E5 vielleicht. Dame aktivieren. Ja, auf jeden Fall und vor allem bei der wenigen Zeit. Die Dame ist natürlich auch sehr wendig, sage ich mal. Sehr trickreich. Ah. Hilft nicht so sehr. Der Bar auf F3. Ja, König G2 jetzt gut, auch gegen Turm D1 verteidigt. So, jetzt die Dame aktivieren bitte und gucken, dass noch was geht. Ja, Schwarz steht natürlich sehr safe mit seinen Türmen, die sich gegenseitig decken. Die Struktur ist sehr sicher auch für Schwarz. Aber man muss trotzdem noch gewinnen. Jin fragt, hat TBG inzwischen eine VR-Brille mit Tischtennis? Ja. Aber noch nicht benutzt worden. Oh, Tischtennis noch nicht draufgepackt. Ich muss mal irgendwas hier verschieben. Ich habe nur noch 76 MB auf meiner Festplatte frei, wo dieser Stream jetzt gerade hochgeladen wird. Wehe. Ja, ich habe nicht gut gehaushaltet. Du lädst den Stream? Naja, der Stream wird ja auch lokal gespeichert bei mir. Ach, ich habe vergessen immer wieder auf Rekord zu drücken. Ich depp. Verdammt nochmal. Verflixt und zugenäht. So, hier droht nichts. Einfach ziehen. Es droht nichts. Auch wenn es gefährlich ist. Doch, Turm G6 vielleicht. Okay. Oh, Turm G6, Turm A5. Oh. Okay, das sieht natürlich sehr, sehr unangenehm aus. Stimmt. Dann muss der König... Okay, jetzt kann er weglaufen. Okay, das sieht gefährlich aus, aber... Er kann weglaufen. Es gibt nur einen Zug ziehen. Oh, ich muss echt mal Platz schaffen. Das geht ja gar nicht. Speicherst du die auf Lokal bei dir auf der Festplatte? Ja, ja, genau. Okay. So, ich glaube, der Stream kann weitergehen. Okay, Turm A3, guter Zug. Aber jetzt hat weiß auch die Freibauern. Das ist echt total unklar jetzt. Ah, jetzt kann er den Bauern auf B4 gewinnen. Der ist wichtig. Der ist wichtig, wenn er ihn nimmt. Weil sonst die Verbunden und Freibauern, die hier nicht stark werden können. Ja, das ist eine schwierige Stellung. Schwierige Stellung. Oh, wo ist das? Jetzt kann man einen anderen Bauern auch noch nehmen und dann geht gar nichts mehr. Turm A4, okay. Nimm noch den Bauern, bitte. Nimm ihn. Nimm ihn. Er wird auch F2 nehmen, mit Schach. So will er gern. Was passiert? Was passiert hier? Keine Zugwiederholung. Bertel, du kannst das holen, das Ding. Nimm einen der Bauern weg. Ja. Das war klar, dass er den nimmt. Lieber den A4 eigentlich, weil das ist die einzige Chance noch für weiß. Oh, ja, ja, ist matt. Dame B1? Achso, das war kein matt, das war die Dame B1. Ja. Jetzt kommen die Pre-Moves, aber es hilft nichts, wenn man drei Sekunden dazu bekommt. Kannst du pre-moven, wie du willst. Der Gegner wird nicht auf Zeit verlieren hier. Bitte kein Putt. Achso, jetzt läuft er direkt durch. Okay, 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 okay. Ja, im Großen und Ganzen einfach eine gute Partie von Bertel, der sich nicht aus der Ruhe bringen lassen hat, nachdem er die Dame abgegeben hat und ja, Kellogg hatte Chancen noch. Vor allem, als er die beiden frei war und dann hat er am Damenflugel auch gut gekämpft von Kellogg. Aber ja, am Ende konnte sich hier Bertel durchsetzen. Ja, die Partie war recht einseitig, ne? Leider. Okay, so, sechseinhalb. Was heißt denn das? Das heißt, ein Punkt genügt. Wir haben jetzt vier Matchbälle. Uiuiui. Vier Matchbälle zum Sieg. Na, kann es froh sein, dass wir keinen Einsatz gemacht haben diesmal. Okay, Finox. Finox. Danke, Beniro. Für den Prime. Okay, Finox und Nachl haben sich schon gefordert. Kanalwetten sind abgeschossen, oder? Ähm, guck mal. Ja, die können gleich anfangen. Und über 1200 Zuschauer. Grüße gehen raus an alle, die auf Twitch, YouTube und Facebook am Start sind. Grüße euch. Okay, was haben wir das Flügelgambit gegen Sizianisch? B4. B4. Okay, Schwarz schlägt auf B4 und die D5 Flügelgambit ist das Weiß das Zentrum bekommen, was er jetzt auch besetzt mit D4. Oh, sehr gefährlich, ne? Ja. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Klar. Was denn? Das war einfach ein Schluck auf, sorry. Es hörte sich so an, als ob jemand was stehen gelassen hat. Nee, 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 keine Sorge, mein Lieber, keine Sorge. Okay, E6, so heißt, kann die Figuren rausbringen. Vielleicht kann man auch erstmal C3 spielen, um den Springer zu vertreiben. F4, hui, das muss glaube ich nicht sein. Da würde ich erstmal auf die Entwicklung setzen an dieser Stelle. F4 hat jetzt nicht so den Zugewinn aktuell. Ja, aber Schwarz darf sich jetzt nicht zu passiv verhalten, sowas wie D5 ist wahrscheinlich richtig. D5 sieht gut aus, ja, um auf die weißen Felder zu gehen. Und sonst wird er eingedrückt halt, ne, im Zentrum. Gucken, ob er sich das traut. Ja, D6 ist zu passiv, leider. Harry fragt, wo ist eigentlich Blubber? Ja, Blubber, wir vermissen natürlich Blubber, das ist klar. Ja, aber heute geht es nur bis 2-4 und ich glaube, Blubber ist auch da drüber. Und ja, klar, wir wollen natürlich alle mal wieder ein Duell sehen, Blubber gegen Fritzi, aber ganz durch Geduld. Ja, Fritzi hat schon lange nicht mehr gespielt im Sub-Battle. Fritzi hat jetzt scheinbar auch 2-7, meint hier jemand, nicht schlecht, nicht schlecht. Blitzen? Mhm, stark, ne? Mit einer Elo von 2000 ungefähr, das ist echt stark, also alle Achtung. Kann das sein, dass es inflationär inzwischen ist? Ich kenne da noch jemanden, der 2-7-11 hat. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob der das verdient. Ob der damit nicht ein bisschen overrated ist. Was hast du nochmal, Niklas? 2-6-30. Oh schon. Ist immer noch nicht mehr geworden. Ne, ich habe jetzt nicht während des Streams noch nebenbei gespielt, also das meins. Ja. 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 Ganz schön viele Zuschauer heute, fast 1.000 Zuschauer bei mir, bei dir sowieso wahrscheinlich 2.000 oder so, ne? 1.200 haben wir, ja. Das ist Facebook, weil alle über Facebook anschalten wieder. Ich weiß, ja. Facebook, also ich muss sagen, Facebook ist für mich inzwischen so, ähm, Dead Zone irgendwie. Wie, bist du zu cool jetzt, oder was? Na, was heißt, zu cool, äh, zu cool? Zu cool für Facebook, auch nicht schlecht, zu cool für Facebook, auch nicht schlecht. Dead Zone, also du gehst gar nicht mehr auf Facebook, oder was soll das heißen? Äh, bist du jetzt bei TikTok, oder wie? Und Clubhouse, ja? Was ist Clubhouse? Was soll ich da auf Clubhouse? Ja, einen Schach-Podcast so machen. Nein. Mit den Leuten reden. Wambu sagt, sagt der eine Boomer zum anderen Boomer, bist du jetzt zu cool für Facebook? Also ich bin kein Boomer, das möchte ich mal, äh, das möchte ich mal klarstellen. Das möchte ich mal ganz, äh, klarstellen hier. Okay, Phinox schiebt die Bauer nach vorne. Huiuiui. Da kennt der Kai Paddock. Ja, wieso nicht? Ich meine, ähm, das ist so ein bisschen das Problem, dass Schwarz hier überrollt wird halt, ne? Das fühlt sich aktuell so an, Dummy 1, Dummy H4 vielleicht? Ja, aber startest du jetzt mehr auf Insta durch, oder wie ist das? Hä? Immer noch nicht. Weder noch, was soll ich? Nee. Ah, ich wollte heute mal wieder eine Story posten, aber habe ich vergessen. Sagst du jetzt. Ja, das ist immer so, ja, ich vergesse das immer. Weißt du, da muss man ja eigentlich so jeden Tag so Storys und so posten und so weiter. Ach Gott, nee, nee, das reicht nicht Kapazitäten einfach nicht für. Ja, das ist, ich bin auch nicht drin. Oder hast du nicht einen Social Media Beauftragten? Nee, brauche ich, brauche ich mal, ja. Du bräuchtest, glaube ich, einen, ja, ja. Ja, die könnte ich auch gebrauchen. Also Leute, meldet euch bei mir. Nee, im Ernst, tatsächlich suchen wir, oder wollen wir das für Chessons, wollen wir es mal machen. Ein bisschen mehr Action. Also, wer gerade zuhört und Social Media Erfahrung hat und so Posts und so Storys und der ganze Schabernack, der kann mir gerne eine Nachricht schreiben. Also, ja, genau. ICQ, das ist ewig her, Sevin. ICQ, ja, habe ich, klar. Gibt das überhaupt noch? Da bin ich, bin ich im Start. Aber das gibt es doch gar nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Okay, Springer hat zwei, ging auf den Springer. G6 hat das verteilt. Springer in G4 jetzt vielleicht. Wie klappt es denn da? Ja, ich höre dich. Was denn? Nicht, mein Mikro ist am Kopfhörer eingeschaltet, sagt jemand. Wie kommt ihr da drauf? Ja, du, die ganze Zeit übers Kopfhörer-Mikro bist du. Das haben die Leute auch gesagt, als du auf Toilette warst. Deshalb konnte man nicht auch hören. Nein, Quatsch. Ja, aber wenn du deine Kopfhörer bewegst, dann hört man das. Nee, das hört man nicht. Okay, dann, was willst du dann hören? Naja, das Rauschen vom Mikro, wenn du deine Kopfhörer bewegst. Das würde ich ja nicht hören, wenn das Mikro da vor dir angeschlossen wäre, oder? Das hier? Ja, das hört man, ja, ja, das hört man, wenn du da rummachst. Okay, dann ist es wahrscheinlich automatisch an, weil hier. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt hier anhöre. Nee, du würdest sagen, du hast zwei Mikros an? Ja, vielleicht geht ja das automatisch an. Check da mal bei OBS, ob wirklich das richtige Mikro eingestellt ist. Okay, was ist hier los? Springer F4, F6? Nee, da ist das andere Mikro. Ja, dann ist es wahrscheinlich nur im Discord. Im Stream hören die Leute nichts. In den Einstellungen von Skype. Ah ja, schauen wir mal bei Skype, ja, das könnte sein. Ja, da ist dann wahrscheinlich das andere Mikro. Das ergibt Sinn. Ah, stimmt. Ja, ja, guter Punkt, guter Punkt. Step. TBG überträgt live vom WC. Stimmt, dann war ich ja wirklich vom WC zu hören. Ja, macht dir nichts. War schön. Okay, jetzt habe ich es umgestellt. Ist es jetzt anders? Ja, mach nochmal da rum an deinem. Weißt du was? Das hört man immer noch ein bisschen. Ja gut, ein bisschen, aber nicht so wie gerade. Ja, aber eigentlich sollte man es ja gar nicht hören. Naja, egal. Ja gut, aber bei dem starken Mikro. Was ist hier eigentlich los? Hat schwarz was eingestellt? Nee, alles im grünen Bereich. Es wird spannend langsam. Weiß marschiert weiter. F6 könnte man machen. Wobei noch Läufer D8. Ja, F6, Läufer D8, Turmsteck, F4 sieht schon sehr gut aus. Aber Matt ist noch nicht in Sicht. Die Dame müsste auf H6 stehen. Gibt der eine Boomer dem anderen Boomer Tech Support per Skype. Ja klar, bei Skype sind wir am Start, natürlich. Ja, gut, Freunde. Passt doch alles. Wenn der hier nicht nochmal auf Toilette geht, dann ist auch alles im grünen Bereich, denke ich. Schwarz wird hier überrollt, leider. Das war leider schon. Aber das Matt ist noch nicht in Sicht. Naja, er hat kaum Züge hier. Er kann sich kaum bewegen. Und das war von Anfang an zu sehen, als er mit D6 anfing anstatt D5. So ein bisschen im Zentrum gegenhalten. Weil Weiß pusht einfach seine Bauern und Schwarz hält sich einfach so zu sehr zurückhaltend. Ja, der Mehrbau auf A6, das spielt hier kaum eine Rolle. Und wie kommt man ins Spiel? Läufer H3, Turm F3 bringt nicht viel. Na, mal sehen, ob Weiß dann auch den Sack zumachen kann. Aber ja, wie du sagst, schwierig Züge zu finden für Schwarz, Läufer D7. Vielleicht Springer A5, Springer C4, B5. Ja, das ist eine gute Idee, um den Läufer B7 zu entwickeln. Ja, Tetris Liebe, du sagst es, krass, wie wichtig Raumvorteil ist. Raumvorteil wird auch als König der positionellen Vorteile genannt. Der strategischen Vorteile, positionellen Vorteile, wie auch immer man das ausdrücken will. Ist von extremer Bedeutung. Extremer. Schwarz versucht ein bisschen Gegenspiel zu generieren, indem er den C3 hier so ein bisschen, ja, auf C3 nehmen und dann auf D4 nehmen. Vielleicht geht da noch was. Probier das mal. Ich weiß nicht, warum Weiß Turm F2 jetzt gemacht hat. Also Weiß muss immer noch sehr gut stehen, weil der schwarze König ist halt so komplett dicht. Er kann ja kaum was ziehen. Aber es wird jetzt komplex hier. Springer C3, Springer D4, Springer D5. Okay, er will nicht. Er muss jetzt mit dem F-Bauer nehmen natürlich, sonst wird er auf der H-Linie matt. Ja. Und Naja, aber Springer C3 sieht schon ziemlich, ja. Gut, man nimmt auf D4, dann Springer D5. Ah, schwarz lebt irgendwie noch, ne? Ja, ja. So ist ja wichtig. Ja, gut, das ist auch ein Chaos, ne? Was die da haben auf dem Brett gerade. Ja. So richtig kommt man noch nicht durch. Der Springer auf H6 steht natürlich fein, aber man braucht irgendwie eine Figur auf der langen Diagonale oder irgendwie muss man da noch näher rankommen. Ah, das läuft den Springer D5 rein. Jetzt muss die Dame wieder ziehen. Ja, Dame A7, da hätte sie gleich hingekonnt. Egal, kämpfen, komm, weiter kämpfen. Wenn der Turm wegzieht von F2, dann gibt es irgendwie einen Abzug. Ja. Boah, das ist spannend. Spannend. Ja, ja. Die haben beide auch keine Zeit mehr. Das wird jetzt wieder in der Zeitnot gehackte Deluxe. Ja, Läufer D7, schön stark gesehen. Dame A1, jetzt stelle ihn auf die Diagonale. Oioioioioi. Läufer B5, auch ein guter Zug. Ja, die spielen ja richtig hochklassig hier. Jetzt mit dem Bauernschlag, um die Damen zu tauschen. Und Schwarz ist back in the game. Dame B2, gut, hält die Dame auf dem Brett, schön. Richtig guter Schach jetzt hier, das gefällt mir. Dame B2, richtig wichtiger Zug. Läufer B6. Oh, okay. Stark, stark. Ja, ja. Der geht weg, stark. Läufer C5, komm, Läufer C5, das geht, glaube ich, sogar noch. Oh nein. Ach, Läufer D4 will er machen. Nee, alles gut. F7 bringt noch nichts. Läufer D4. Einziger, komm. Ja, wo ist es? Das ist matt. Spänger D4 geht auch, aber Läufer D4, warum nicht, ne? Nein. Oh, er verpasst es, Läufer D4. Jetzt ist er, springer F6, aber wohin? Ah, jetzt wird er nervös, jetzt wird er nervös. Ja, aber praktisch gute Entscheidung. Läufer C5, bitte, komm, Läufer C5, der ist angegriffen. Läufer C5. F3 macht er erstmal, uh, ist das spannend. Kommt er jetzt mit der Dame rein, Dame F4? Oder macht er Läufer C5 auf Safe? Der Läufer hängt. König G8, nein. Der Läufer hängt. Oh, das tut mir so weh. Okay, also, weil Schwarz wirklich so gut gespielt hat jetzt die letzten Züge und jetzt schenkt er es einfach her. Jetzt schenkt er es einfach, aber weiß nutzt es nicht und oh, jetzt geht es andersrum. König F1, Läufer C5, Sprenger F6 kann man jetzt wieder machen, Sprenger F6 oder König schlägt F2, ah ja, 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 was für eine Partie. Sprenger F6 macht er erstmal. König F8. Ja, hier ist der. Das ist eine unglaubliche Partie gerade. Das ist eine unglaubliche Partie, Leute. Nimm doch jetzt den Läufer, Junge. Na, nimm ihn. Nein. Ich will ihn nicht. Ich will jetzt matt setzen, aber da ist noch nicht mal matt. Doch, es droht nicht matt, aber... Jetzt kann er Dauerschach machen, aber mehr auch nicht. Es ist Dauerschach. Das Remis wäre auch ein vernünftiges Ergebnis, aber mehr hat er jetzt auch nicht. Mehr hat er jetzt auch nicht. Er muss jetzt auch das Remis machen, weil sonst verliert er. Er hat eine Figur weniger. Ich denke mal, das wird er jetzt auch erkennen, dass er hier nichts Besseres hat. Ja, es ist Dauerschach. Aber insgesamt eine schöne Partie. Also wirklich taktisch schön. Vor allem in Zeitnot, muss ich sagen, bei den Zahlen fantastisch gespielt. Ja. So, jetzt bitte nicht ins Matt laufen. Ist halt Dauerschach. Ist halt Remis. Dame F7. Es gibt keine... Der Weiß hat auch Remis angeboten. Ja. Nee, also wie Schwarz zurückgekommen ist. Also wirklich alle Achtung, wie Schwarz da zurückgekommen hat, die Figuren ins Spiel gebracht hat. Das war sehr stark. Ja. Aber Weiß auch, hat gut gegengehalten, hat auch den Druck hochgehalten. Aber ja, da sind natürlich auch Chancen liegen gelassen worden, was aber keine Überraschung ist. Also in so einer Stellung, da würden noch Großmeister Fehler machen. Ja. Sehr, sehr gute Partie. Gut, dann brauchen wir jetzt nur einen halben Punkt. Mr. Wu. Natürlich. Von Partie zu Partie jetzt, Mr. Wu. Mr. Wu ist auch ein geiler Name. Mr. Wu. Spielt gegen LL Cool L, nicht J. L. LL Cool J. Kennst du LL Cool J? Nee. War ein Rapper in den 90ern. Ja, ja. Okay, die beiden haben schon angefangen. Lass uns einsteigen. Was geben wir ab? E4 an der Stelle. Was ist das für ein Gambit? Wie nennt man das, dieses Gambit? E5 direkt. Direkt E5, gar nicht nachgedacht groß. Gar nicht decken mit Springer F6. Es ist ja auch nicht verkehrt. Einfach normales Schachspielen und sagen, was willst du denn jetzt hier? Du hast jetzt dreimal deinen Springer gezogen, um den Bauern zurückzugewinnen. Ich entwickle einfach meine Figuren. Ja, das sieht man. Aber jetzt Springer D5? Ja, genau. Das ist ein Grund, warum man nicht so schnell spielt. Und dann nach Springer D5 haben wir dann Zukunftsstellung. Ja. Das wäre Zukunftsstellung gewesen zu Fried Liver Attack. Nach Springer D5 ist ja witzig. Aber Weiß hat es nicht genutzt. Weiß spielt auch zu schnell. Naja, spielen zu schnell hier. Ich merke das schon. Jetzt merkt er das wahrscheinlich. Aber jetzt kann er sich entwickeln. Läufer E7, Läufer C5 und dann Ruhado. Jetzt geht's. Aber nach Springer D5 vermutlich war er schon 1-0. Die Stellung. Ja gut, du musst in die Fried Liver Variante gehen mit Springer D5. Und die ist natürlich schlecht. Was für eine Fried Liver Variante. Naja, das wäre Zukunftsstellung gewesen zu 2 Springer Spielen und dann Fried Liver Attack. Bestimmt. Ja. Springer D5, stimmt. Das war uns ja. Irgendwie witzig. Ja, jetzt ist es einfach eine normale Stellung. Schwarz steht ein bisschen angenehmer mit dem Zentrumsbauern hier. Aber nicht viel los. Ich will los. Was war denn mit der Kanalwette, Leute? Ist die gelaufen? Weiß es nicht. Ist aber ganz schnell. Ist die gelaufen, die Kanalrate. F4 hier? Ja, wieso nicht? Moment mal. Das verliert fast die Figur. Nein, da mit D4 Schacht zuerst. Ja, dann hat Weiß noch Springer F2. Aber ja. Ja, jetzt muss er auf D1 nehmen. Jetzt passt es ja perfekt für Weiß. Jetzt kann er F5 eventuell spielen. Bitte auf D1 nehmen. Komm. Und dann Läufer G4 oder Läufer E4. Das geht. Ja, tauschen Läufer G4 wäre nicht schlecht. Läufer E6 ist ungünstig, weil man ein bisschen die Struktur schwächt. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber ja, muss nicht sein, sage ich mal. Musste nicht sein. Struktur. Könnt ihr euch mal ein Video erinnern über Struktur, Bauernstruktur, was ich gemacht habe, Leute? Na klar. Ja, du sowieso. Was für eins hast du denn da gemacht? Erzähl mal. Bauern, die Seele des Schachspiels. Ah, das ist jetzt neulich rausgekommen. Hast du nicht 1.000 Bauern auf dem Thumbnail gehabt oder so? Circa neun. Okay. Meine ich ja. Die spielen gerade mit den falschen Farben. Stimmt das? Das stimmt, ja. Äh, ich spiele mit den falschen Farben. Das hatten wir auch noch nie, tatsächlich. Scheiß drauf, Enkel. Dir ist jetzt alles egal. Sie spielen, weißt du, was auch gut ist? Sie spielen auch mit der falschen Zeitkontrolle. Also stimmt, die spielen 5 plus 0. Aber was ist denn mit dem beiden los? Die haben irgendwie, ja. Die haben das nicht mitbekommen. LOL. LOL. Da sagt der Buber LOL. B3, was ist das denn? B3 ist, ja, gut, er will den Läufer hierhin entwickeln, aber das war jetzt nicht so richtig der Zeitpunkt. Man hätte auch mal den Bauern gewinnen können auf E5. Späger B4 ist ein guter Zug. Greift die Dame an und greift den Punkt C2 an. Dame steckt E5, hat schwarz sogar Läufer D4. Ja, da sieht man schon den Nachteil von B3. Ja, B3 hat mir nicht gefallen. Läufer A3, aber ist ein bisschen nervig, ne? Na, Springer C2, Läufer F8, Springer A1. Hm, das machen die jetzt auch noch. C5, ja, jetzt kann ich weiß schlagen und dann auf E5 schlagen und auch den F7 aufs Korn nehmen. Ja, Läufer D4 geht zum Glück noch dann eventuell. Das stimmt, ja. Obwohl Tom D1, okay, Tom D1, er wird C2 hängen. Das ist Quatsch, nimm weg und Springer C2. Nein, nicht sofort. Obwohl A3 hängt, A3 hängt, er kann jetzt nicht. Ja, ja, kann er auch machen. Springer E3? Kann er auch machen, das ist vielleicht sehr lästig. Oder er nimmt auf D1 und dann einfach auf F4. Ja, aber dann lässt du den Turm rein, nach D7. Der E3 ist, denke ich, stark. Ja, hast recht. Vor allen Dingen 5 plus 0, ne? Wir haben immer mit Increment gespielt, das heißt, jetzt verliert jemand auf Zeit hier. Du callst es schon mal, ja? Hey, der sagt hier jemand im Chat. Ach so. Aber es ist ja sehr wahrscheinlich, ne, dass jemand auf Zeit verliert. Naja, noch haben sie massig Zeit. Oder meinst du, die schaffen es, jemanden matt zu setzen, vorher noch hier? Ja, mal sehen. Mal sehen. Tommy 1, ja, schaffst du gut. Tommy 1, Tom D2 sogar jetzt, weil man weiß, dass Grundrein ein Problem hat. Das wird vielleicht noch matt hier. Hier schlägt der 4, auch guter Zug. Moment, was haben wir denn jetzt mehr? Zwei Bäuerchen, ne? Zwei Bäuerchen schon, ja. Leider, und der Springer ist ein Monster. Da gibt es nichts zu klären, Schieb. Das bleibt einfach so, wie gehabt. Ne, wir müssen leider die Partie wiederholen. Ne, die Farbe meinte er in den nächsten Partien, aber die bleibt einfach so, wie sie ist. Läufer C7, Läufer C1, guter Zug, jetzt tauscht Schwarz endlich, ja. Oh, das sieht gut aus für Schwarz. Er muss aber jetzt anfangen, ein bisschen schneller zu spielen, weil wir spielen 5 plus 0. Das stimmt. Läufer E5 und er hat alles unter Kontrolle. Ich frage mich auch, ob beide Spiele wissen, dass es 5 plus 0 ist. Also gut, der, der die Herausforderung geschickt hat, sicher nicht. Ja, 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 ja. Der andere? Nicht E5 zu lassen, warum lässt es ein böses Erwachen gibt, wenn man 10 Sekunden hat auf der Uhr. Mhm. Ja, ja, er wird G5, H4. H4? Ja. Na ja. Ja. Mr. Gulasse Zeit. Tum D4 war viel stärker, aber egal. Was sonst? Okay, rein mit dem König ran. Ja, stark. Bring den König ran. Er muss ein bisschen das Tempo erhöhen, weil wir haben keine Bedenksgutschrift. Ich weiß nicht, ob die das wissen. Das ist natürlich ein Fehler. Ja, ich glaube, mittlerweile merken sie es wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Er weiß ja gleich drei Bauern weniger. Das spielt sich natürlich jetzt auch sehr leicht für. Kennt er en passant? Kennt er en passant? Ja, kennt er. Da kennt er nichts. So, natürlich würde jetzt gerne Schwarz alles abtauschen auf E5. Da darf Weiß auf keinen Fall mitmachen, muss die Türme auf dem Brett halten. Und irgendwie versuchen jetzt auf Zeit noch was zu reißen. Du, ich glaube nicht, dass er weiß, dass es hier Zeitgutschrift gibt. Der Wu spielt normalerweise sehr, sehr schnell. Aber hier lässt er sich gerade so Zeit, als ob er irgendwie noch Zeitgutschrift hätte. Ja. Na, dann musst du es doch eben nochmal merken, dass er nichts dazu bekommt. Wie denn? Na, indem er auf die Zeit schaut und merkt, dass er nicht mehr wird. Das ist ein super König G5. Jetzt sind es schon vier Bauern. Ja, aber er hat keine Zeit. Wie will er das denn schaffen, wenn er so langsam zieht? Er muss schneller spielen. F4, guter Zug. Ei, ei, ei. Kanal, wette. Schafft das Mr. Wu oder verliert er auf Zeit? Ich glaube, er verliert auf Zeit. Er weiß gar nicht, dass er keine Zeitgutschrift hat. Er spielt viel zu langsam. Nein, der spielt doch mega langsam. Er spielt doch schnell. Der Pre-Move noch nicht mal. In der Stellung. Guck mal, was er macht. Das ist doch Zeit schon verloren. Ich glaube, er weiß es jetzt mittlerweile. Ich glaube, er weiß es. Ah, er weiß hat noch den Haarbauern. Alter, willst du mich verarschen, ey? Der weiß es nicht. Völlig lächerlich wieder. Das ist ja fast Matt in einem Zug hier. Nee, es ist kein Matt, damit G1, König E4 geht. Ja, fast. Aber ich frage mich gerade, ob er weiß, dass er... Also, der hat ja unglaublich langsam gespielt. Die letzte Minute. Recht schnell gespielt eigentlich. Aber nicht schnell genug. Er hat noch nicht mal C1 gepre-moved, die Dame. Am Ende. Ja, gut. Naja. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen des Sattel. Nächste Partie. Master Mock, Never Lucy. Lass uns den Quatsch zu Ende bringen hier. Okay. Never Lucy, Master Mock sind jetzt noch zwei Bonuspartien. Bonuspartien. Genau. Ja, die Partie ist gewertet, klar. Können wir jetzt ja nichts machen. Das war ja unter gleichen Bedingungen gespielt. Wenn er das nicht mitkriegt, dass er keine Zeitgutschrift hat. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. So völlig von der Rolle. Falsche Farbe, falsche Zeit. So irgendwie so. Hä? Jonas meint, du musst ein Video zu Zeitmanagement machen. Hast du wahrscheinlich schon, ne? Nee, Zeitmanagement. Hä? Nö, Zeitmanagement nicht. Na dann. Kannst du diese Partie als Beispiel nehmen? Also was gibt es denn da? Oder von Cowley? Ich wette, dass der nicht wusste, dass die Zeit abläuft. Okay, fragen wir mal. Mr. Wu, du schaust doch bestimmt gerade zu hier in meinem Stream. Wusstest du, dass Zeit gab? Es gibt keinen Wetteinsatz, Leute. Es gibt keinen Wetteinsatz. Diese Variante ist dir nicht gut für Weiß. Du hast dich doch damit mal beschäftigt, oder? Ist das nicht gleich Springer D5 oder sowas? Springer D5 Game Over, oder was? Ja, ich glaube, das geht hier nicht aus irgendeinem Grund. Na gut, Springer A6 kann man noch machen. Läufer A6? Oh, kann man nicht machen. Läufer E5 geht vielleicht noch, oder? Ach so, ja. Läufer D5 geht noch, ja. Aber irgendwas war da. Ich glaube, das geht nicht, so zu spielen. Man muss C6 machen auf dieses Läufer G5-Zeug. Man muss jetzt C6 machen, um das Feld D5 zu decken, erstmal meine ich. Aber Läufer schlägt E5? Sieht doch jetzt nicht so schlimm aus. Springer E7? Springer E7, Läufer E6. Ja. Ah, Springer schlägt G6 dann. Uuuuh. Der spielt das schnell, der kennt das. Irgendwas ist da. Scheinbar, aber jetzt Läufer D6 sieht doch sehr safe aus für... Ah. Ja, ja, das ist Theorie alles, das ist Theorie. Never Lucy, du Schlingel! Never Lucy! Ballert hier die Züge raus. Ja. Über mehr Zeit noch auf der Uhr als am Anfang der Partie. Boah. Ja, stark, stark, stark. Ich kannte das selber nicht, also... Nicht schlecht. Gut. Läufer C5 geht auf den Bauern auf 2. Ja. Vielleicht kann man den einfach liegen lassen. Einfach die Törme tauschen und dann den Läufer entwickeln. Und sagen, das macht nichts. Den Bauern gebe ich ab. Ja, das war eine Variante gegen Peerz. Das war die Peerz-Verteidigung. Und Läufer G5, genau, da muss man C6 erstmal machen. Das stellt halt diese Falle auf. Was heißt Falle? Stellt er die Drohung auf mit E5, ne? Ja. So, was ist hier los? Qualle weniger kann er hier zurück, sich zurückkämpfen. Mit Springer irgendwas und dann Zugwiederholung. Schönen Abend noch, Klotze. Mach's gut, mein Lieber. Ach so, du meinst einfach immer den Springer hin und herzlichen. Ja, du hast recht. Ja, er hat den Turm nicht rausgebracht. Das war verkehrt. Und gibt jetzt die Qualität ab. Und dann ist es ja ausgeglichen, oder? Beide Seiten fünf Bauern. Schwarz ist back im Biss. Ness. Okay. Hä? Was denn? Ja gut, jetzt ist er wieder ausgeglichen. Ja. Springer D6 oder König G7? Ja, König G7 wäre sehr natürlich gewesen, den König näher zum Zentrum. Okay, Springer D6. Springer F3. Ja. Hier sehr ausgeglichene Stellung. Weiß hat deutlich mehr Zeit auf der Uhr. Mal sehen, ob das noch eine Rolle spielt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann ist es jetzt auch nicht so, dass es jetzt trivial Ramir ist hier, die Stellung. Also es wird schon weitergehen. Ach so, stimmt. Schwarz hat keine Zeit, doch. Weniger Zeit. H3. Okay. Weiß ich nicht, ob das sein musste. Alles noch Theorie. Ja, kein. Wahrscheinlich nicht, aber. Ja. Ja, F5 schwächt die Stellung eher. Ach, mir gefällt F5 gut. Auf der Seite hat Schwarz die Mario T6. Boah, merkt man. Ich hätte aber nicht den Springer getauscht, einfach König F6. Den Läufer, weiß nicht. Den könnte man vielleicht noch gebrauchen. H6, warum? Direkt G5 ab nach vorne mit dem Bauern. Beide Seiten müssen ihre Majoritäten nach vorne schieben hier. Schwarz aktiveren König, etwas weiter vorne. Das ist gut. Aber normalerweise, Spiel auf zwei Flügeln ist der Läufer etwas besser, aber Schwarz steht hier aktiver. Mit Springer weiter, König weiter vorne, Bauern weiter vorne. Sag mal, ist Never Lose hier eigentlich eine Si oder ein R? Ein R. Never Lose. Wahrscheinlich. G3. König G4. König G4, ne? Ah ja, zuerst H5 und dann Springer Schach geben, damit der König nie nach vorne kann. Jetzt muss Schwarz Springer G7 machen. Das sieht sehr komisch aus. Ja. Was hat er gemacht? König F6. König zurück. Oh! Der wendige Springer, der wendige Springer. Ja, das war's. Diese Springer sind immer so trickreich. Kein Scheiß, ne? Im Blitzen sind die Springer echt extrem gefährlich. Ist mir auch schon aufgefallen häufig, weil ich lass ständig was stehen, wenn die Leute Springer haben. Weil Springer rasiert jetzt alle Bauern. Ja, ja. Der Läufer könnte das gar nicht. Der Master Mock hier. Master Mock? Da machst du nix. Der Gegner will noch Master Mocks. Technik sehen, ja, aber vor allem wenn man Zeit dazu bekommt. Dann ist das ja hier. Ruminum. Ruminum. Ja, geiles Comeback von Master Mock. Cool. Mr. Wurt hat jetzt in TBGs Chat geschrieben, dass er nicht wusste, dass es kein Increment gibt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ist halt doof gelaufen. Komm an, äh, ja. LL Cool. Okay, wusste er vor der Partie nicht, dass es Increment gibt oder während der Partie nicht? Ja, wahrscheinlich beides. Also er dachte wahrscheinlich vor der Partie, dass es Increment geben würde. Natürlich, wie bei allen Partien, die wir bisher gespielt haben. Ja, das denken wir jetzt. Aber so wie der Satz da steht, können wir nicht wissen, was er genau meint. Während der Partie oder vor der Partie? Ja, ich gehe mal stark davon aus, während der Partie. Okay, dann haben wir die letzte Partie. Pabre gegen Dobberchen. Uh, da freue ich mich drauf. Das ist ein hochkarätiges Duell. Ich glaube, die beiden haben sich auch schon mal die Ehre gegeben. Ja, da hat Dobberchen gewonnen. Das war aber auch eine spannende Partie. Ich erinnere mich. Die haben auch erst einmal gegeneinander gespielt. Das heißt, es muss ja im Sub-Battle gewesen sein. Ja, Georg, es hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Natürlich hätte das einen Unterschied gemacht. Also das Ding ist, er stand ja auf Gewinn. Wenn er gewinnt, ist es jetzt halt, dann gibt es noch einen Unterschied. Dann wäre es jetzt 7-6. Hast du das? Stimmt. Genau, das ist schon ein Unterschied. Die Frage ist, ob er wusste, während der Partie, dass er keine Zeitgutschrift hat. Das ist ja die entscheidende Frage auch. Na gut, also wie wäre es damit, wenn jetzt hier, wenn jetzt Pabre tatsächlich gewinnen sollte, dann machen wir eine Wiederholung. Ja, können wir machen. Okay. Gut, dann geht los. Bitte den Stream stumm schalten und dann auf geht's. So, Pabre spielt gegen sein eigenes Französisch. Na, da wird er sich ja wohl auskennen, oder? B6. B6. Das ist eine Spezialvariante mit Läufer A6, oder wie? Weiß ich nicht. Okay. Okay. 1, 2, da haben wir es hier 8, ja. Sorator, danke dir. Tauscht früh die weißfertigen Läufer, um hier dann auf die weißen Felder zu spielen, weil ja alle weißen oder viele weißen Bauern auf schwarz stehen. F4. Gefällt mir eigentlich ganz gut hier, wie die Öffnung gelaufen ist für schwarz. Der Springer auf D2 steht falsch. Ich würde mal vielleicht G6 spielen, damit weiß nicht irgendwen mit F5 Stress machen kann. C4? Weiß ich nicht. Ja, okay. Kann man machen, aber das ist schon eine sehr verpflichtende Entscheidung, um hier zu sagen. H6? H6 verstehe ich nicht. Das sieht sehr, also an dem Flügel möchte ich eigentlich wenig Bauernzüge machen. Wenn, dann möchte ich G6 machen. G4, F5, reißen wir den Arsch auf da. G4, F5, ja. Macht er jetzt auch direkt. Ja, G4 auf jeden Fall der richtige Zug. Ja, C4 ist ganz schlecht, ne? Mit Springer H6 und König H8 und G8, ne? Ja, C4, also war nicht nötig. Man hätte auch auf D4 schlagen können, wenn weißen Springer schlägt, dann Springer über C5 nach E4 bringen können. Oder man behält die Spannung. Also es gab jetzt keine Not, da so früh abzuschließen. Helo nix, danke für die Witz. Und weiß hat hier einen kostenlosen Angriff. Und gerade H6 hat auch noch so einen Ankerpunkt gegeben. Und das H6, also C4 und H6 waren zwei Bauernzüge, die Schwarz jetzt bereut im Nachhinein. Okay, F5 fängt jetzt vielleicht, ne? Vielleicht. Man kann über F6 nachdenken. F6 ist wahrscheinlich, die Engländer sagen dazu immer, F6 raus schlagen, Springer E5 und ab geht. Ja, ja, das ist so ein typisches Opfer hier. Okay, Schwarz hat dann am Ende Springer G6, wenn er nimmt. Springer G6, Dame F6, Dame D7, dann Springer F3, H6, Hengt König A7, Springer E5. H4, H5, das muss kaputt sein. Great Patzer, danke für die 100 Bits, mein Lieber. Kuss geht raus. Er nimmt den Bauern noch nicht mal. Ja, aber jetzt, also ich meine, das ist ja jetzt völlig hoffnungslos. Du kannst doch nicht den Bauern hier lassen. Mattoff G7 oder was? Du kannst doch hier nicht den Bauern lassen auf F6, das ist doch ein Killer-Bauer. Ja, Springer H7 muss er jetzt irgendwie machen, versuchen den Bauern dann mit dem Springer zu schlagen, aber das ist ja hier, wo stehen denn die schwarzen Figuren? Springer D7. Ja. Weiß kann schlagen, Dame E3 machen und ist schon fast vorbei. G5 auch vollkommen vorbei. Ui, er nimmt dann auch raus da. Ja, was soll er denn machen? Weiß ich nicht. Na gut, jetzt kann er immerhin versuchen, mit Dame C5, Dame F8 einen Verteidiger heranzubringen. Oh! Die eine, die eine Dame wird es nicht, wird nicht ausreichen. Das muss gewonnen sein. Das muss gewonnen sein. Ja, auf jeden Fall. König H7, aber Dame H5, Dame F8 oder wie? Och, Alter. Schwede. Und dann Springer F3 wahrscheinlich, ne? Ja, wie, das kann man ja niemals überleben. Bertel, danke dir. Bertel! Kussi ging raus an Bertel. Was ist das dein Bertel? 1985. Weiß ich nicht. Wir haben ja mehrere Bertel. Ne. Wir haben auch den Astrobert. Der Astrobert. Geiler Name, Astrobert. Ich meine, also die ganzen schwarzen Figuren kommen ja hier viel zu spät. G6 kommt wahrscheinlich auch schon gleich. Ja, aber Moment, wie gewinnt man das jetzt hier? Auf H6 nehmen und dann Springer G5? Ja, zum Beispiel. Also suchst du. Aber GH6 hat schwarz immer noch Springer E4. Obwohl auch dann Tum G1. Aber G6 gefällt mir sehr gut. HG6, Springer G5. Tum G1 ist auch gut. Ui, der rot G6 sehr stark, genau. Fulminant. Aber ich muss sagen, Pabrik ist echt ein sehr versierter Angreifer. Der spielt, auch wenn ich gegen ihn blitze immer, er findet immer noch irgendwelche Taktik-Sachen und setzt einen unter Druck im Blitzen mit. Das läuft immer auf so einen Angriff hinaus bei ihm. Das ist unglaublich. Ich habe noch nie ein Turm-Endspiel bei ihm gesehen, so. Na gut, das war es jetzt einfach. Also du kannst gegen G6 einfach nichts machen. Das war es. Nein, der von Uschi heißt Bertel 96. Achso. War es doch ein anderer Bertel. Ja, wir haben einige. Wir müssen ihn trotzdem raus an Bertel. Wer ist Astrobert? Ach, Astro-Bart. Stimmt. Du hörst. Nicht Astrobert, Astro-Bart. Astro-Bart ist geil. Benni sagt, H6 machst du niemals im Französisch. Ja, H6, das war echt, sag ich mal, Anfang vom Ende. Wahrscheinlich sehr schnell auch, ne? Okay, Turm-H6, 1-0. Ja, oder Fe7. Der Springer ist ja sowieso gedeckt auf F3. Aber Turm-H6 ist halt matt. Matt? Es ist matt. Es ist matt. Matt. Da ist es matt. Ja, ja, damit wachte. Ja gut, dann haben wir dann noch eine Wiederholungspartie. Ja, aber das Problem ist, also ich habe ihn schon geschrieben bei Discord, aber ich... Der ist weg oder was? Ey, cool, bist du doch da, beschaffst du doch im Stream zu, mein Lieber. Oder hat er keinen Bock? Ich glaube, er hätte schon Bock, aber... Er ist halt auf, ne? Was soll ich dazu sagen? So, er ist nicht da, okay. Ja, sag einfach, er ist nicht da. Ja, ja. Ja, ich sage, ich sage, er ist auf. Ich habe ihn irgendwie so verzögert. Ich wusste nicht, was du meinst. Ja, er antwortet nicht. Ja, aber er ist auch auf, deshalb antwortet er wahrscheinlich nicht. Ja, das ist natürlich jetzt sehr schade. Aber da bist du, seid ihr echt nochmal rangekommen, ne? Hätte Mr. Bu das verwandelt? Der ist... Oder Kauli hätte... Kauli, ne? Kauli total auf Gewinn gestanden, so... Er stand auf Gewinn jetzt. Er hat einfach die Zeit ablaufen lassen, also... Egal. Fabri, super gespielt. Das war echt ein schöner Angriff. Zum Abschluss. Ja, wir haben ja eh keinen Ansatz, mir ist es wurscht. Ja, gut. You can call it a day. Oder du kannst da gerne jemand anders noch einsetzen für den Kampf gegen Mr. Bu. Mr. Bu. Mr. Bu. Ja. Was ist, was ist los? Du liest irgendwas im Chat. Ne, aber... Kugelbuch, genau. Kugelbuch jetzt gegen Mr. Bu. Bist du überhaupt mal? Ich würde sagen, wir callen a day. Warum lachst du jetzt? Du liest doch irgendwas. Da ist doch sowas im Schilde. Ich lese den Chat von Georg. Er meint, der Cooler hat das cool gemacht. 5 plus 0 heimlich, falsche Farbe, mit Weiß, dann auf Zeit abgezogen und zur Wiederholung aufgegangen. Unglaublich, doch eigentlich. Das ist ja unglaublich. Ja, aber der hat mir auch geschrieben direkt. Der meinte, sorry, ich habe falsche Bedenkzeit genommen und falsche Farbe. XD. Es ist egal. Ja. Wir haben ja keinen Wetteinsatz gemacht. Genau. Okay. Okay, okay. So unverdient. Aber herzlichen Glückwunsch, Norman. Das ist ja unglaublich. So viele geschenkte Punkte. Das ist ja unfassbar. Ja gut, vor allem Kauli und Mr. Wu. Das stimmt auf jeden Fall. Du vergisst die zwei Einzüge in Matt. Naja. Ich meine. Hä? Das war jetzt nicht. Also. Naja. 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 Wer weiß. In der Remisstellung bei dem einen und bei dem anderen eine normale Stellung, wo nichts los ist. Das war keine Remisstellung. Bei Merlinflocke war er ein Baum mehr. Nee. Merlinflocke? Nee, nee, nee. Du kannst ja nicht. Er holt den Bauern auf D7 und hat dann einen Bauern auf B6 mehr. Wer weiß, wie das ausgewählt wird. Ach, mit dem König E7 meinst du? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Na gut. Na gut. Okay. Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Unser siebtes Battle mittlerweile. Wer weiß. Wenn wir das nächste Mal ein Battle machen, hast du vielleicht schon die 100k. Also Freunde, wer hier gerade zuschaut, ich sehe euch, immer noch knapp 1200 Zuschauer. Ich meine, wenn die alle einmal kurz abonnieren bei TBG, dann ist es auch schon fast da. Oder wie viel hast du? 98.000 irgendwas? 98.8. 98.8. Ja, sag ich doch. 1200 noch? Die 1200 Leute, die jetzt gerade zuschauen, einmal bei TBG abonnieren. Können die Mods einmal den Link reinschicken vielleicht zum YouTube-Kanal von TBG. Okay, dann sind die aber, die 100k sind aber ganz schnell voll dann. Also, bringen wir mal hier den ersten, sag ich mal, deutschen Schach-YouTuber auf die 100k. Das ist ja auch eine schöne Zahl. Ja, du wirst mir ja sowieso folgen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das hoffe ich, das hoffe ich. Ja, denke schon, oder? Ja, früher oder später. Denke schon. Eine Frage der Zeit. Okay, Frage der Zeit. Danke, danke für die Werbung. Na klar, na klar. Yo, dann würde ich sagen, du streamst wahrscheinlich nicht mehr weiter, oder? Nein, nein. Ich würde jetzt jemanden raiden. Du machst wahrscheinlich auch nicht mehr weiter, oder? Nee, nee, nee. Ich mache auch Schluss. Okay, dann. Wen raidenst du? Nicht, dass wir den gleichen raiden vielleicht. Weiß ich nicht, wer so da ist, ne? Ja, ich weiß nicht, wenn du sonst noch mal raidenst. Ja. Ja, die Chess-Hobbits sind am Start, der Gunnies World ist am Start. Und das war's aber auch, so viele sind gar nicht heute. Nee, das war's nicht. Nee. Der Kugelmutsch. Ich raide GM Bunny, meinen griechischen Großmeisterfreund. Banikas, kennst du den? Christos Banikas? Ja, vom Namen, klar. Ja, ein super starker Großmeister. Und super witzig. Macht immer auf Englisch. Genau, auch schön ein Follower hinterlassen auf Niklas' Kanal, ne? YouTube-Kanal. Niklas ist ja hauptsächlich auf YouTube unterwegs. Und dort findet er auch alle Informationen bezüglich seiner Schachschule, Chessens. Da hat er auch einen schönen... Ich habe die Werbung noch nie gesehen, die er gemacht hat. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die sehen kann. Wie kann das sein? Ja, du musst mal auf Facebook sein. Da liegt's. Oder auf Insta. Kann ich die da sehen? Also ich meine, jetzt hast du mal einen Trailer gemacht. Das meine ich. Ja, nee, die Werbung meinst du, oder? Auf YouTube haben viele schon kommentiert, witzig, dass ich bei deinem Video die Werbung für Chessens Schachstuhle sehe. Achso, ja, das gibt's auch, ja. Bei YouTube gibt's auch Werbung, ja, klar. Genau. Und diese Werbung, den Trailer habe ich noch nie gesehen, zum Beispiel. Achso. Nee, den findest du zum Beispiel auf Chessens einfach. Also da ist direkt ein Video und da kannst du es anschauen. Aber die andere Sache ist einfach bei Facebook. auf Insta. Okay. Niklas, dann mach's mal gut. Wir sprechen über neuen Termin ab, ne? Ja, klar. Genau. Alles klar. Mach's gut. Mach's gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Okay, Freunde. Da sind wir wieder unter uns. Unter uns. Rusty Ryan. Freut mich. Ein bisschen Abwechslung zum Schach, mal Magic schauen. Coole Sache. So. Ja. Okay. Das war doch ein... Nils sagt, 100 Mal gesehen auf Facebook, alles klar. Sorg sagt, kannst du jetzt immer ab 19 Uhr streamen, findest besser als 20 Uhr? Ja. Mal so, mal so, würde ich sagen. Ich finde, im Sommer vor allem macht man ja eher noch was draußen und wenn die Sonne noch scheint. Und das stream ich eigentlich auch eher lieber später als früher. Also, jetzt war es ein bisschen hektisch, weil ich noch vom Beachvolleyball kam, draußen. Und, ähm... Naja, mal sehen. Matthias, freut mich. Danke dir. Danke dir. So. Benni lehnt Duncan ab. Ja, musste ja nicht, mein Lieber. Okay, okay, okay. So, wen raiden wir? Guni oder was? Guni oder wen haben wir hier noch so? Guni habe ich gefühlt schon die letzten drei Mal geradet. Aber wenn sonst niemand online ist? Crypto Champs. Lassen sich auch immer was Neues einfallen. Chess.com Was macht Hikaru ein Weltrekordversuch für Bullet? Was heißt sein Weltrekordversuch? Ne, jetzt macht er irgendwas anderes. Gäste Elo. Ist das so ein Rating? Ah, das ist ein neues Spiel bei Chess.com, oder wie? Wo man die Elo von zwei Spielern anhand einer Partie schätzen muss. Aha, interessant. Kannte ich noch nicht. Die lassen sich auch mal was Neues einfallen. Okay, Chess Hobbits. Ja, Chess Hobbits können wir mal machen, ne? Das sind ja nette Jungs. Da freuen sie sich bestimmt. Kurzer Puzzle-Stream auf Leechess. Okay. Ziel 100. 100 im Puzzle-Rush oder wie das heißt bei Leechess. Das wäre krass. Wenn man das schafft. 100? Was? Ich habe 71 jetzt, glaube ich, mein Rekord. Das wäre crazy. Arno Husch mit Raiden. Hä? Der hat doch mich geradet. Der streamt doch jetzt nicht wieder. Okay. Grüßt mir die Chess Hobbits und den Marco. Schön. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Nächste Woche Dienstag ist der nächste Stream. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Genießt das schöne Wetter in Deutschland. Und bis bald. Ciao. Okay. Und unsere geschätzten Freunde von YouTube. Für euch gilt natürlich das Gleiche. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis bald. Freut mich, dass ihr alle unterstützt habt. Und ja, habt eine schöne Woche noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.